Abschnitt 35 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte à la Eddin Abu Shamatz Teil 1 Man erzählt ferner, o König der Zeit, es war einmal in Kahira ein sehr vornehmer und redlicher Kaufmann, der viele Diener und Sklaven und Sklavinnen hatte und ein großes Haus ausmachte, denn er war der Oberaufseher aller Kaufleute der Stadt, und Gott hatte ihn mit sehr vielen Reichtümern beschenkt. Dieser Kaufmann hatte eine Gattin, die er liebte und von der er wieder geliebt wurde. Er lebte aber schon vierzig Jahre lang mit ihr, ohne ein Kind zu bekommen. Eines Tages, es war am Freitag, als er in seinem Laden saß und sah, wie die Kaufleute mit ihren Söhnen kamen, die ihnen die Läden öffneten, fühlte er sich sehr unglücklich. Bald darauf ging er ins Bad, um die Freitagsreinigung vorzunehmen. Da sah er, als er aus dem Bad kam, sein Gesicht im Spiegel, und als er mehr weiße Haare als schwarze in seinem Bad fand, wurde er dadurch an den Tod erinnert und rief aus, »Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer dem einzigen Gott, und dass Mohammed sein Prophet.« Des Abends ging er zu seiner Frau, welche ihn schon erwartete und sich ebenfalls gewaschen und geputzt hatte, und sie wünschte ihm einen guten Abend. Er aber antwortete, »Für mich gibt es nichts Gutes mehr.« Und als seine Frau durch ihre Sklavin das Nachtessen auftragen ließ und ihn essen hieß, sagte er, »Ich esse nichts« und trat den Tisch mit den Füßen weg. Als seine Frau ihn fragte, was ihn so böse mache, antwortete er, »Du bist schuld daran.« »Was habe ich begangen?«, fragte die Frau. »Als ich heute meinen Laden öffnete, da sah ich, wie alle Kaufleute, der eine mit einem Sohn, der andere mit zwei Söhnen kamen, die den Laden öffneten. Da dachte ich, der Tod, welcher deinen Vater geholt hat, wird auch dich nicht zurücklassen, und ich erinnerte mich an den Eid, den ich dir in der Hochzeitsnacht schwören musste, dass ich keine andere Gattin zu dir nehmen und dich nicht einmal durch eine abyssinische Sklavin kränken, noch bei einer anderen eine Nacht zubringen wolle. Nun bist du aber unfruchtbar, und ich habe von dir ebenso wenig als von einem Stein, einen Erben zu erwarten.« Seine Gattin erwiderte, »Ich bin nicht die Ursache unserer kinderlosen Ehe. Frage einmal einen Arzt, vielleicht gibt er dir eine stärkende Arznei, die dir die Kraft gibt, Kinder zu zeugen.« Der Kaufmann bereute es, seine Frau gekränkt zu haben, ging zu einem Arzt, grüßte ihn und klagte ihm seine Not. Der Arzt sagte, er wisse kein Mittel gegen eine kinderlose Ehe, er möge sich an einen anderen wenden. Der Kaufmann ging in der ganzen Stadt umher, um sich bei einem Arzt Rat zu holen, aber sie lachten ihn aus, und er kehrte wieder betrübt in seinen Laden zurück. Während er dasaß, kam der Aufseher der Makler, der Scheich Muhammed, welcher allerlei Heilmittel verfertigte und Opium und Haschisch zubereitete, zu ihm und fragte ihn, was ihn so verstimmt habe. Er erzählte ihm, was zwischen ihm und seiner Frau vorgefallen, wie er nun schon vierzig Jahre verheiratet sei, ohne ein Kind zu haben, und wie er nun vergebens alle Ärzte der Stadt um ein Mittel gegen Unfruchtbarkeit gebeten habe. Da sagte Muhammed, »Mein Herr, ich habe ein solches Mittel. Gib nur zwei Goldstücke her und eine chinesische Schüssel.« Als der Kaufmann ihm gab, was er verlangte, kaufte er einen chinesischen Braten, nahm Zimt, Nelken, Ingwer, Pfeffer und andere Gewürze, stieß es zusammen, ließ es in feinem Öle kochen, tat dann einige Nieren hinzu und einen Becher voll Sesamöl, knetete es mit Honig und griechischem Essig an, gab es dem Kaufmann und sagte ihm, »Lasse dir zum Nachtessen stark gewürztes Schaffleisch und eine Taube braten, dann nimm diese Arznei und trinke Zuckerwasser darauf.« Der Kaufmann befolgte die Vorschrift des Maklers und nach einigen Monaten erklärte ihm seine Frau, die Arznei habe gewürgt, und nach neun Monaten gebar sie einen sehr hübschen Knaben. Man erhob ein Jubelgeschrei, und die Hebamme empfahl das Kind Gottes Schutz, indem sie den Namen Mohameds und Alis über dasselbe sprach, Gottes Allmacht pries, und ihm die Worte ins Ohr sagte, mit welchen man zum Gebete aufruft. Dann wickelte sie es ein und reichte es der Mutter, welche es stillte. Am dritten Tag machte man Marzipankuchen, um ihn am siebenden Tage auszuteilen, und man streute auch Salz aus. Der Kaufmann kam dann zu seiner Frau, wünschte ihr Glück und fragte sie, »Wo ist das von Gott uns anvertraute Gut?« Sie überreichte ihm ein Geschöpf des ewigen Herrschers, das schon aussah, als wäre es ein Jahr alt, wie der Mond strahlte und ein hübsches kleines Mal auf den Wangen hatte. Er fragte sie dann, welchen Namen sie ihm gegeben, sie antwortete, »Wäre es eine Tochter, so hätte ich ihr einen Namen gegeben, da es aber ein Sohn ist, so muß der Vater ihm einen Namen geben.« Da sagte nach damaliger Sitte, den Kindern aufs gute Glück einen Namen zu geben, einer der Anwesenden, »Mein Herr, nenne dein Kind Alaeddin, Hoheit des Glaubens.« Und der Kaufmann nannte es Alaeddin Abu Schammat, der mit einem Male. Das Kind wurde dann den Ammen übergeben und zweieinhalb Jahre lang gestillt. Nach dieser Zeit, als es schon laufen konnte, wurde es entwöhnt und in einem unterirdischen Zimmer geheim erzogen, aus welchem es erst als bärtiger Jüngling hervorkommen sollte, damit ihm kein böses Auge schade. Nur ein Sklave und eine Sklavin wurden ihm zur Bedienung beigegeben. Als Alaeddin sieben Jahre alt war, ließ ihn sein Vater beschneiden und gab ein großes Mahl. Dann ließ er ihm im Schreiben und im Koran Unterricht erteilen, und der Junge wurde sehr geschickt und gelehrt. Eines Tages, als der Sklave einen Tisch aus Alas Zimmer räumte, vergaß er die Falltüre zu schließen. Alaa trat heraus und stürmte wie ein betrunkener Mameluk ins Gemach seiner Mutter, wo viele vornehme Damen beisammen waren. Die Damen bedeckten ihr Gesicht und sagten zur Mutter, »Gott strafe dich, du! Gehört nicht Schamgefühl zum Glauben? Wie bringst du uns auf einmal einen fremden Mameluken herein?« Sie antwortete, »Das ist mein Sohn, die Frucht meines Herzens, der Sohn Schems Eddins, des obersten der Kaufleute, der Sohn der Amme, das Halsband, die Kruste vom Brot.« Da sagten die Damen, »Warum haben wir nie etwas von deinem Sohne gehört?« Sie antwortete, »Sein Vater fürchtete das böse Auge, darum ließ er ihn in einem unterirdischen Gewölbe erziehen, und nun kommt er zum ersten Mal ganz unerfahren herauf, wahrscheinlich hat sein Diener vergessen, die Türe zu schließen, denn er sollte erst herauskommen, wenn ihm der Bart gewachsen.« Als die Frauen dies hörten, wünschten sie ihr Glück, und der Junge ging fort in den Hof und stieg in ein offenes, an den Hof stoßendes Gemach. Als er Sklaven mit einem Maultier kommen sah, fragte er sie, »Wo war dieses Maultier?« Sie antworteten, »Wir haben deinen Vater darauf aus dem Laden geholt.« »Und was hat mein Vater für ein Handwerk?« »Dein Vater ist der oberste der Kaufleute in ganz Ägypten, und der Scheich der Araber.« Allah ging dann wieder zu seiner Mutter und fragte sie auch nach dem Geschäft seines Vaters, und sie gab ihm dieselbe Antwort wie die Sklaven und setzte noch hinzu, »Dein Vater ist so reich, dass seine Sklaven ihn nur bei Geschäften von tausend Dinaren zu Rat ziehen. Alle eingeführten Waren müssen ihm vorgelegt werden, ebenso was ausgeführt werden soll.« Da sagte Allah, »Gelobt sei Gott, dass ich der Sohn des Scheichs der Araber bin, aber warum, o Mutter, sperrt ihr mich in ein unterirdisches Gewölbe?« Sie antwortete, »Mein Sohn, das haben wir nur getan, weil wir das böse Auge der Leute für dich fürchteten, denn das böse Auge ist sehr gefährlich, und die meisten Leute sterben an den Folgen desselben.« Da versetzte der Junge, »O meine Mutter, wie kann man dem Schicksal entfliehen? Keine Vorsicht kann die Bestimmung abwenden, und gegen das Geschriebene gibt es keine Macht. Wenn mein Vater auch noch lang lebt, so wird er doch einst sterben, und wenn ich dann sage, ich bin sein Sohn, werden die Ältesten und Kaufleute mir nicht glauben, denn sie werden sagen, »Wir haben in unserem Leben nicht gehört, dass Shems-Edin einen Sohn habe.« Das Vermögen meines Vaters wird dann in den öffentlichen Schatz kommen. Gott erbarme sich dessen, der gesagt hat, »Mancher Edle stirbt, sein Vermögen geht zugrund, und die gemeinsten Männer bemächtigen sich seiner Frauen.« »Drum, o Mutter, soll mein Vater mich auf den Bazar mitnehmen und mir einen Laden öffnen. Ich werde mit Waren neben ihm sitzen und bei ihm den Handel lernen.« Als Shems-Edin nach Hause kam und seinen Sohn bei seiner Mutter fand, fragte er sie, »Warum hast du ihn aus dem Gewölbe hervorgebracht?« Sie erzählte ihm, durch welchen Zufall Ala sein Gemach verlassen, und trug ihm auch dessen Bitte vor, worauf Shems-Edin seinem Sohn versprach, ihn am folgenden Tage mit Gottes Willen mit auf den Bazar zu nehmen, und ihm bemerkte, dass er dann auch wie ein wohlgebildeter Mensch sich benehmen müsse. Ala konnte vor Freude über seines Vaters versprechen, die ganze Nacht nicht schlafen. Am folgenden Morgen führte ihn Shems-Edin ins Bad, zog ihm ein sehr wertvolles Kleid an, frühstückte mit ihm, dann bestiegen sie ein Maultier und machten sich auf den Weg nach dem Bazar. Als die Kaufleute ihren Aufseher mit dem schönen Knaben hinter sich kommen sahen, sagte einer zum anderen, »Seht einmal diesen Graukopf, wie er noch einen Jungen nachführt!« Und der schon genannte Scheich Mohammed sagte, »Der soll nicht mehr unser Vorgesetzter sein!« Als daher Shems-Edin in seinen Laden kam, blieben alle Kaufleute zurück, während sonst ihr Aufseher die erste Surah des Korans mit den Kaufleuten las und dann mit ihnen zu Shems-Edin ging, um ihm guten Morgen zu wünschen. Shems-Edin wartete lange in seinem Laden, aber niemand kam zu ihm. Da ließ er den Aufseher Mohammed rufen und sagte ihm, »Warum versammelst du die Kaufleute nicht wie sonst?« Er antwortete, »Ich kann ihre Unzufriedenheit nicht von dir abwenden. Sie sind übereingekommen, dich abzusetzen, und wollen den Koran nicht mehr vor dir lesen, wegen dieses Knaben, der weder dein Sklave noch ein Verwandter deiner Gattin ist und daher ein schlechtes Licht auf dich wirft.« Shems-Edin schrie ihn an, »Schweig! Gott, verdamme dich! Der Junge ist mein Sohn, den ich aus Furcht vor dem bösen Auge in ein unterirdisches Gewölbe gesperrt. Ich wollte ihn nicht eher herauslassen, bis er den Bart mit der Hand fassen konnte, aber seine Mutter bat mich, ihm einen Laden zu öffnen und ihn in meine Geschäfte einzuweihen.« Als Mohammed dies hörte, holte er alle Kaufleute und las den Koran vor Shems-Edin und wünschte ihm und seinem Sohn noch viele glückliche Jahre. Dann sagten ihm die Kaufleute, »O Herr, selbst arme Leute, die einen Sohn bekommen oder eine Tochter, laden ihre Bekannten und Verwandten zu einer süßen Speise ein.« »Nun«, erwiderte Shems-Edin, »das soll euch auch werden, und zwar in meinem Garten.« Am folgenden Morgen schickte er Teppiche und allerlei Speisevorrat wie Hammelfleisch, Schmalz und dergleichen in den Garten, ließ in zwei Gemächern des Gartenhauses Tische decken und sagte seinem Sohn, »Wenn alte Leute kommen, so empfange ich sie und führe sie ins obere Gemach, und die jungen Leute führst du an den anderen Tisch im unteren Zimmer.« Da fragte Alaa, »Wozu diese Abteilung? Du hast doch sonst keinen besonderen Tisch für junge Leute und ältere Männer.« Shems-Edin antwortete, »Weil ich weiß, dass es glattbartigen in Gegenwart von Männern nicht ganz wohl ist.« Der Junge fand dies richtig. Bald kamen die Gäste, man aß und trank, belustigte sich, schlürfte Sorbette, ließ Räucherwerk aufsteigen, und die älteren Männer führten ein wissenschaftliches Gespräch. Unter diesen war ein Kaufmann mit Namen Mammut aus Balch, der oft Waren von Shems-Edin kaufte. Er war in seinem Inneren ein Feueranbeter und gab sich nur zum Scheine für einen Muselmann aus. Sobald er Alaa zu Gesicht bekam, gefiel er ihm so gut, dass er Shems-Edin um seinetwillen beneidete und auf allerlei Mittel trachtete, ihn in seine Gewalt zu bekommen. Während Alaa sich einen Augenblick entfernte, ging er daher zu dessen jungen Freunden und sagte ihnen, »Wenn ihr Alaa dahin stimmt, dass er mit mir reist, so gebe ich jedem von euch ein Kleid von großem Wert.« Als Alaa zurückkam, setzten sie ihn in ihre Mitte auf den obersten Platz, und einer der Jungen sagte zu einem seiner Gefährten, »Wieso bist du zu deinem Vermögen gekommen?« Er antwortete, »als ich das Mannesalter erreicht hatte, bat ich meinen Vater, mir ein Geschäft zu übergeben, da sagte er mir, »ich habe nichts, doch entlehne Geld von einem Kaufmann und handle damit.« Ich ging zu einem Kaufmann und entlehnte tausend Dinare bei ihm, kaufte Waren dafür, brachte sie nach Damaskus und verkaufte sie dort für das Doppelte. Für den Erlös kaufte ich wieder andere Waren ein und verkaufte sie in Haleb mit doppeltem Gewinn, und so fuhr ich fort zu handeln, bis ich zu einem Vermögen gelangte von etwa zehntausend Dinaren. Jeder der Jungen erzählte dann etwas derartiges, bis die Reihe an Alaa kam, da fragten sie ihn, »Und du, Alaa, was hast du getrieben?« Er antwortete, »ich bin in einem Gewölbe erzogen worden, das ich erst diese Woche verließ, und bin noch nicht weiter als von unserem Haus in den Laden gekommen.« Da sagten ihm die Jungen, »du bist gewohnt, zu Hause zu bleiben und kennst die Freuden der Reise nicht, das Reisen passt nur für Männer.« Alaaeddin erwiderte, »ich brauche nicht zu reisen, doch hat die Ruhe auch keinen Wert.« Darauf sagte einer seiner Gefährten zum anderen, »er gleicht einem Fisch, der abstirbt, wenn er das Wasser verlässt.« Dann sagten sie ihm, »Kaufmannssöhne können sich mit nichts rühmen als mit Reisen, die viel Gewinn bringen.« Diese Worte machten auf Alaa einen schmerzlichen Eindruck. Er verließ seine Gefährten mit traurigem Herzen und weinenden Augen, bestieg sein Maultier und ritt nach Hause zu seiner Mutter. Als diese ihn sehr verstimmt fand, fragte sie ihn, was ihm zugestoßen. Alaa teilte seiner Mutter das Gespräch der Kaufleute mit und erklärte ihr seinen Entschluss, auf Reisen zu gehen. Da fragte ihn seine Mutter, »wohin willst du gehen?« »Nach Bagdad, denn dort gewinnt man viel an hiesigen Waren.« »Das sollst du, mein Sohn, und wenn dein Vater dir keine Waren mitgeben will, so werde ich dafür sorgen.« Alaa sagte, »Die beste Wohltat ist die, welche schleunigst geübt wird, soll mir Gutes erwiesen werden, so ist jetzt die Zeit dazu.« Da schickte seine Mutter sogleich nach Packern, öffnete ein Magazin und ließ ihm zehn Ballen Waren zusammenpacken. Als Shems-Edin gegen Abend nach Hause kam und die Ballen umherlegen sah, fragte er seine Frau, woher diese kommen. Da erzählte sie ihm, was zwischen ihrem Sohn und den jungen Kaufleuten vorgefallen. Shems-Edin sagte zu seinem Sohn, »Gott verdamme den Aufenthalt in der Fremde! Die Alten haben schon gesagt, hüte dich vor der Fremde und entferne dich auch keine einzige Meile weit von deiner Heimat.« Aber Alaa sagte, »Wenn du mich nicht mit Waren nach Bagdad reisen lässt, so ziehe ich meine Kleider aus und hülle mich in das Gewand eines Dervischs und streiche so im Lande umher.« Da sagte Shems-Edin, »Ich bin keineswegs arm, ich habe Waren, die für jedes Land passen.« Er zeigte ihm hierauf vierzig Ballen, auf welchen geschrieben stand, »tausend Dinare wert«, und erlaubte ihm, sie noch zu den zehn Ballen seiner Mutter zu nehmen. Dann sagte er, »Reise in Gottes Namen, aber ich warne dich vor dem Löwenwald, der sehr gefährlich ist, und vor dem Tal der Benikilab, wo ein Straßenräuber haust.« Aber Alaa erwiderte, »Der Lebensunterhalt kommt von Gott, und ist er mir bestimmt, so kann mir nichts zukommen.« Alaa ritt dann von seinem Vater begleitet über den Viehmarkt, da stieg ein Karawanenführer von seinem Maultier herunter, küßte Shems-Edin die Hand und sagte, »Bei Gott, du hast uns schon lange nichts zu tun gegeben.« Shems-Edin antwortete, »Jede Zeit hat ihr Glück und ihre Leute. Das heißt, meine Zeit ist vorüber, ich gleiche den Alten, von dem ein Dichter sagte, ein Alter ging gebeugt daher, und sein Kinn reichte bis zu den Knien. Da fragte ich, »Warum bist du so gebeugt?« Er antwortete, indem er seine Hände aufhob, »Ich habe meine Jugend auf der Erde verloren und suche sie nun überall.« »Doch statt meiner macht jetzt mein Sohn eine Reise.« Der Führer sagte, »Gott erhalte ihn dir.« Shems-Edin schloß dann einen Kontrakt mit ihm, empfahl ihm seinen Sohn und schenkte ihm hundert Dinare für seine Kinder. Dann kaufte er sechzig Maultiere nebst einer Lampe und eine Decke für das Grabmal des heiligen Abd al-Kadir, der Stifter eines Dervischordens. Er ist in Bagdad begraben, wo er in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts starb und sagte zu seinem Sohn, »Ich verlasse dich nun bald, hier ist dein Vater statt meiner, gehorche ihm in allem, was er dir sagt.« Sie feierten dann in jener Nacht das Fest eines Heiligen, und am folgenden Morgen gab Shems-Edin seinem Sohn zehntausend Dinare und sagte ihm, »Wenn du bei deiner Ankunft in Bagdad die Waren gut absetzen kannst, so tue es. Wo nicht, so warte und lebe einstweilen von diesem Gelde.« Die Maultiere wurden dann beladen, man nahm voneinander Abschied, und Allah verließ mit seinem Führer die Stadt. Mammut aus Balch, der von allem unterrichtet war, hatte sich aber auch reisefertig gemacht und zwei Zelte außerhalb der Stadt aufgeschlagen, auch hatte Shems-Edin ihm seinen Sohn empfohlen und ihn angewiesen, demselben die tausend Dinare zu bezahlen, die er ihm noch schuldig war. Mammut sagte dem Koch Allahs, er brauche nichts zu kochen, und schickte selbst die nötigen Speisen und Getränke für Allah und seine Leute. Am folgenden Tag setzten sie ihre Reise miteinander fort. Mammut hatte vier Häuser, eines in Kahira, eins in Damaskus, eins in Haleb und eins in Bagdad. Als sie daher die Wüste durchzogen hatten, eilte Mammut nach Damaskus voraus und schickte Allah seinen Sklaven entgegen, um ihn in seine Wohnung zu laden. Allah sagte, »Ich will meinen Führer Kemal-Edin fragen.« Dieser riet Allah, die Einladung nicht anzunehmen, und schon am folgenden Tag reisten sie miteinander nach Hale. Mammut ließ Allah wieder einladen, und Kemal-Edin riet ihm abermals, nicht zu gehen. Allah ließ sich aber nicht abhalten, er umgürtete sein Schwert und ging zu Mammut. Dieser kam ihm entgegen, grüßte ihn und ließ eine große Mahlzeit bereiten. Sie aßen und tranken und wuschen ihre Hände. Mammut neigte sich dann über Allah her, um ihn zu küssen, und sagte ihm, »Ich liebe dich wie meinen Sohn. Ich will dich zu einem großen Herrn machen, wenn du mit mir nach Balch gehst und nie mehr zu deinem Vater zurückkehrst.« Aber Allah stand entrüstet auf, zog sein Schwert und sagte, »Wehe dir, du Greis! Gott erbarme sich des Dichters, der da gesagt hat, bewahre dein Alter vor jedem Schandflecken, denn das weiße, graues Haar nimmt am leichtesten jeden Schmutz an. Sieh bei Gott, ich hätte meine Waren dir lieber für Silber als anderen für Gold verkauft, aber nun, Verworfener, werde ich nichts mehr mit dir zu tun haben.« Hierauf verließ ihn Allah, kehrte zu Kemal-Edin zurück und sagte ihm, »Mammut ist ein lasterhafter Mann, ich werde nicht mehr mit ihm umgehen.« Kemal-Edin erwiderte, »Habe ich dir nicht geraten, von ihm zu bleiben? Doch, mein Sohn, wir können uns jetzt nicht ohne Gefahr von ihm trennen, wir müssen uns hier an seine Karawane anschließen.« Aber Allah bestand darauf, ihn sogleich zu verlassen und reiste allein mit Kemal-Edin fort. Als sie in ein Tal kamen, da wollte Allah lagern, Kemal-Edin riet, ihm schnell weiterzuziehen, um die Stadt noch vor Torschluss zu erreichen, denn sobald die Sonne unterging, wurden damals die Tore von Bagdad geschlossen und erst wieder mit Sonnenaufgang geöffnet, aus furchtvollen Ketzern, die sie einnehmen und die wissenschaftlichen Werke in den Tigris werfen wollten. Allah sagte aber, »Oh, mein Vater, ich bin nicht des Gewinns wegen mit diesen Waren hierher gekommen, sondern um die Bewohner dieses Landes kennenzulernen. Ich will lieber erst morgen früh in Bagdad einziehen, damit die Leute der Stadt auch meine Waren sehen und mich kennenlernen.« Kemal-Edin warnte ihn noch vor den umherstreichenden Beduinen, aber Allah sagte, »Bist du der Herr oder der Diener?« und ließ die Waren von den Maultieren abladen und Zelte aufschlagen. Als er aber um Mitternacht heraustrat, sah er in der Ferne etwas glänzen. Er fragte den Führer, was das wäre, dieser sah scharf hin und bemerkte arabische Schwerter und Lanzen. Es war eine Horde Beduinen mit ihrem Anführer-Scheich Adjlan, welcher immer näher kam, und bald hörte Allah, wie sie untereinander sagten, »O Nacht der Beute!« Kemal-Edin schrie zuerst, »Packe dich, du elender Beduine!« Aber alsbald wurde er von Scheich Adjlan selbst an der Tür des Zelts durchbohrt. Dem Wasserträger, welcher dann schrie, »Wehe euch, erbärmliches Gesindel!«, wurde ein Hieb auf die Schulter versetzt, der ihn zu Boden stürzte. Dann gingen die Beduinen herein und heraus und verschonten niemand von Allahs Leuten, luden die Waren auf Allahs Maultiere und gingen fort. Allah, der dies alles sah, dachte, »Mein Oberkleid und mein Maultier könnte mich noch in Gefahr bringen!« Er zog es daher aus und wendete sich gegen die Tür des Zeltes. Da fand er einen See vom Blut der Erschlagenen, und er wälzte sich mit seinen Beinkleidern darin herum, sodass er wie ein Erschlagener aussah, der in seinem Blute lag. Scheich Adjlan fragte dann die Beduinen, ob diese Karawane von Bagdad komme oder dahin zöge. Und als man ihm antwortete, sie komme von Ägypten und gehe nach Bagdad, sagte er, »Kehrt noch einmal zu den Erschlagenen zurück, denn ich glaube, der Herr der Karawane ist noch nicht tot.« Die Beduinen kehrten zurück, und als sie Allah vor dem Zelt fanden, sagte ihm einer von ihnen, »Ah, du hast dich totgestellt! Nun sollst du aber den Tod von mir empfangen!« Er zog schon sein Schwert gegen Allah, da rief dieser den heiligen Abd El-Kader an, und zugleich sah er, wie eine Hand das Schwert des Beduinen von ihm abwendete und auf Kemal-Edin hinlenkte, worauf die Beduinen mit ihren Maultieren sich entfernten. Als Allah sie wie Raubvögel mit ihrer Beute davoneilen sah, machte er sich auf und lief fort. Aber der Häuptling der Beduinen sagte zu seinen Leuten, »Ich sehe, wie sich etwas bewegt!« Da trat einer derselben hervor und sah, wie Allah fortlief, setzte ihm nach und rief ihm zu, »Deine Flucht nützt dir nichts, ich komme dir schon nach!« Er schlug sein Pferd und folgte ihm. Allah lief fort, bis er an einen Wasserbehälter kam, an dessen Seite eine Zisterne war. Er legte sich auf die Mauer derselben und stellte sich schlafend, und rief Gottes und der heilige Nefise, eine Heilige aus dem Geschlecht Alis, welche im zweiten Jahrhundert der Hidire lebte, Schutz an. Und siehe da, ein Skorpion stach den Beduinen, der ihn verfolgte, so daß er von seinem Pferd herunterfiel und seine Kameraden zu Hilfe rief. Als diese ihn fragten, was ihm widerfahren, erzählte er es ihnen. Sie hoben ihn auf sein Pferd, gingen fort und ließen Allah auf der Zisterne liegen. Mahmut, der sich seinerseits auch auf den Weg gemacht hatte, sah, als er ins Löwenthal kam, Alas Leute tot und freute sich sehr darüber. Dann kam er an den Behälter, wo Allah lag, und da sein Maultier durstig war, lief es hin, um zu trinken. Da sah es Alas Bild im Wasser und erschrak. Als Mahmut sich umsah, bemerkte er Allah, der auf dem Rande der Zisterne ohne Oberkleid eingeschlafen war. Mahmut fragte ihn, »Wer hat dich in diese traurige Lage versetzt?« Allah antwortete, »Die Beduinen.« Da sagte Mahmut, »Betrübe dich nicht über den Verlust deiner Waren, freue dich, mit heiler Haut davongekommen zu sein, wie der Dichter sagt. Sind die Häupter meiner Leute dem Verderben entronnen, so hat das verlorene Gut keinen größeren Wert als der Abschnitt der Nägel.« Allah stand auf und ritt mit Mahmut in sein Haus nach Bagdad. Mahmut ließ Allah ins Bad führen und sagte ihm, »Dein Geld und deine Waren haben dein Leben gerettet. Wenn du mir gehorchst, so gebe ich dir noch einmal so viel.« Er führte ihn dann in einen geräumigen, von Gold strahlenden Saal mit vier Erhöhungen und ließ einen Tisch bringen, mit den köstlichsten Speisen und Getränken beladen, als aber Mahmut mit den schönsten Versprechungen sein früheres Anerbieten wiederholte, sagte Allah, »Lebst du noch immer in deinem Wahn?« »Das kann nie sein. Nimm dein Maultier und deine Kleider wieder und öffne mir die Türe, dass ich gehe.« Als Mahmut ihm öffnete, ging er wieder halbnackt fort, sodass alle Hunde hinter ihm herbellten. Da er die Tür einer Moschee offen fand, ging er hinein und verbarg sich im Gang. Da sah er zwei Sklaven mit zwei Laternen vor zwei Herren hergehen, deren einer ein schöner Greis und der andere ein junger Mann war. Dieser sagte zu jenem, »Ich beschwöre dich bei Gott, mein Onkel, gib mir meine Base wieder.« Der Alte erwiderte, »Ich habe dich oft genug gewarnt, und doch bist du immer wieder auf die Scheidung zurückgekommen.« Als ich hierauf der Alte umsah und einen jungen, hübschen Mann hinter sich erblickte, grüßte er ihn, und Allah erwiderte seinen Gruß. Der Alte sagte dann zu Allah, »Wer bist du?« »Ich bin Allah, der Sohn Shem Eddins aus Kahira. Ich bat meinen Vater, mich reisen zu lassen und mir Waren mitzugeben, und er gab mir fünfzig Ballenwaren und zehntausend Dinare. Hiermit reiste ich bis in den Löwenwald. Da kamen Beduinen und nahmen mir alles weg. Ich kam nun in diese Stadt und wusste nicht, wo ich übernachten sollte, drum trat ich in diese offene Moschee. Der Alte sagte ihm, »Mein Sohn, was sagst du dazu, wenn ich dir ein Kleid für tausend Dinare, ein Maultier für tausend Dinare und noch tausend Dinare Geld schenke?« Allah versetzte, »Und welchen Dienst forderst du für diese große Gabe?« »Höre mich«, antwortete der Alte, »dieser Mann, der hier bei mir ist, ist mein Neffe. Er ist das Ebenbild seines Vaters, weshalb ich ihn wie meinen Sohn liebe und ihm meine Tochter Subaida, welche mein Ebenbild sehr schön und liebenswürdig ist, zur Frau gab, obschon sie ihn gar nicht liebte. Nun schwor er dreimal, dass er sich von ihr scheiden lasse, worauf seine Cousine sich alsbald von ihm trennte, und doch schickte er wieder alle Leute an, um mich zu bewegen, sie ihm wieder zu geben. Ich sagte ihm aber, »Dies darf nur auf gesetzlichem Wege geschehen. Ich will zuerst sie einem Fremden geben, damit dir niemand etwas vorzuwerfen habe.« Nach den musulmännischen Gesetzen darf ein Mann sich dreimal von seiner Frau scheiden lassen und sie wieder nehmen, aber hernach darf er sie nicht eher wieder heiraten, bis sie inzwischen einen anderen Mann gehabt hat. Da du nun hier fremd bist, so will ich dich mit nach Hause nehmen und den Ehekontrakt mit meiner Tochter schreiben lassen. Du kannst diese Nacht ihr Gatte bleiben, musst dich aber morgen von ihr scheiden lassen, und ich gebe dir, was ich dir versprochen. Ala dachte, bei Gott, besser in einem Haus auf einem Brautbett zu schlafen, als hier in dieser Moschee oder auf der Straße. Er ging daher mit dem Alten und seinem Neffen zum Kadhi. Als der Kadhi fragte, was sie wollten, sagte der Alte, »Ich will meine Tochter diesem Manne als rechtmäßige Frau geben, jedoch mit der Bedingung, dass er zehntausend Dinare als Morgengabe verspreche. Lässt er sich aber nach der ersten Nacht von ihr scheiden, so gebe ich ihm ein Kleid für tausend Dinare, ein Maultier für tausend Dinare und tausend Dinare Geld.« Als der Kontrakt unter diesen Bedingungen geschlossen war, steckte ihn der Alte zu sich und ging mit Ala in sein Haus, wo er ihm ein schönes Kleid reichen ließ. Dann führte er ihn vor die Wohnung seiner Tochter, ließ ihn an der Türe warten, trat hinein und sagte ihr, »Nimm hier den Ehekontrakt, den ich für dich mit einem schönen Jüngling, der Ala heißt, geschlossen, und gib wohl Acht darauf.« Nun hatte der Neffe eine Wirtschafterin, die oft zu Sobaida kam und der er schon viel Gutes erwiesen hatte. Dieser sagte er, »O meine Mutter, wenn Sobaida den schönen Jüngling sieht, wird sie mich nicht mehr als Gatten wollen, drum denke eine List aus, um ihn von ihr fernzuhalten.« »Bei dem Leben deiner Jugend«, rief die Wirtschafterin, »er darf ihr nicht nahe kommen.« Sie begab sich sogleich zu Ala und sagte ihm, »mein Sohn, ich rate dir, dich der Frau nicht zu nähern, lass sie allein schlafen, ich bin sehr besorgt um deinetwillen.« »Weshalb?« fragte Ala Edin. Die Frau antwortete, »weil sie aussätzig ist und deine schöne Jugend anstecken könnte.« Sie ging dann zu Sobaida und sagte ihr dasselbe von Ala, worauf Sobaida antwortete, »ich mag diesen Mann nicht, er soll nur für sich bleiben und morgen weitergehen.« Hierauf rief sie eine Sklavin und ließ Ala den Speisetisch vorsetzen. Als er mit der Mahlzeit zu Ende war, las er mit einer wohlklingenden Stimme eine Sura aus dem Koran. Sobaida hörte ihm im Nebenzimmer und fand seine Stimme so lieblich, dass sie bei sich selbst dachte, »Gott verdamme die Alte, die mir diesen Mann als elend und aussätzig schilderte. Es ist gewiss eine Lüge, ein kränklicher Mensch singt nicht so schön.« Sie ergriff dann eine indische Laute und sang mit einer Stimme, die den Vogel in der Luft aufhielt. »Ich liebe einen Jüngling mit schwarzen, schmachtenden Augen, die Zweige des Bahn träumen von ihm, wenn er geht, aber er verschmäht mich und beglückt andere mit seiner Nähe, doch Gott verleiht solche Gnade, wem er will.« Als Ala diese Verse hörte, sang er folgende »Meinen Gruß der in Seide gekleideten, den Rosen, die in den Gärten ihrer Wangen blühen.« Sobaida, bei der diese Worte noch mehr Liebe erweckten, hob den Vorhang auf, und Ala Edin rezitierte folgende Verse. Sie erschien wie der Mond und bewegte sich wie ein Bahnzweig, sie duftete Ambra aus und blickte wie eine Gazelle drein. Es war mir, als wenn Trauer in mich verliebt wäre, der bei ihrer Trennung mein Herz besiegen würde.« Ende von Abschnitt 35 Abschnitt 36 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte Ala Edin Abu Shamatz Teil 2 Als sie aus ihrem Gemach hervortrat und sich Ala nähern wollte, rief dieser ihr zu »Bleib fern von mir, dass du mich nicht ansteckst!« Da entblößte sie einen Arm, so weiß wie Silber, und sagte »Entferne du dich, du bist aussätzig und kannst mich anstecken.« »Wer hat dir gesagt, dass ich aussätzig sei?« »Die Alte.« »Nun, mir hat sie auch gesagt, du wärst aussätzig.« Ala zeigte ihr dann auch zwei Arme wie das weiße Silber, umarmte sie und brachte eine Nacht voller Liebesfreude bei ihr zu. Als der Morgen heranbrach, sagte Ala, »Wehe mir, nun nimmt der Rabe der Trennung alle Freude weg. Ich darf nun nimmer länger bei dir verweilen, denn ich habe deinem Vater zehntausend Dinare als Morgengabe versprochen, und wenn ich sie nicht bringe, wird man mich einsperren. Ich habe aber keinen halben Dirham im Vermögen. Woher soll ich zehntausend Dinare nehmen?« Da sagte Subaida, »Ist das Eheband in deiner oder in ihrer Hand? Es ist wahr, doch ich besitze nichts, es wird schon gehen, fürchte nichts. Nimm einmal diese hundert Dinare. Wenn ich mehr hätte, so würde ich dir mehr geben, aber mein Vater hat aus Liebe zu seinem Neffen mir alles weggenommen, bis auf meinen Schmuck, und hat es ihm gegeben. Wenn nun in der Früh, fuhr Subaida fort, der Gerichtsdiener kommt und dir mein Vater und der Kadhi befiehlt, mir einen Scheidebrief zu geben, so frage sie, nach welcher Schule muss man seine Frau am Morgen nach der Hochzeit verstoßen? Dann machst du dem Kadhi ein Geschenk von zehn Dinaren und küssest ihm die Hand und beschenkst auch die Gerichtsassessoren. Wenn sie dich fragen, warum lässt du dich nicht scheiden und nimmst tausend Dinare, ein Maultier und ein Kleid, so wie es bedungen worden, so antworte, »mir ist jedes Haar meiner Gattin tausend Dinare wert. Ich werde mich nie von ihr scheiden lassen und nichts annehmen, und wenn dann mein Vater sagt, so bezahle die Morgengabe, antworte, du seist in Not.« Während sie so miteinander sprachen, klopfte ein Gerichtsdiener an die Türe und sagte, »mein Herr lässt dich auf Verlangen deines Schwiegervaters rufen.« Allah schenkte ihm fünf Dinare und sagte, »nach welchem Gesetze heiratet man abends und muss sich morgens wieder scheiden lassen?« »Du hast recht,« sagte der Diener, »und wenn du das Gesetz nicht kennst, will ich dich verteidigen.« Als sie dann miteinander auf den Gerichtshof kamen, da sagte der Kadhi zu Allah, »bezahle die Morgengabe, die du schuldig bist.« Er antwortete, »gewähre mir die gesetzliche Frist.« Der Kadhi sagte, »diese ist drei Tage.« »Das ist nicht genug,« versetzte Allah, »gestatte mir zehn Tage.« »Du sollst sie haben,« erwiderte der Kadhi, »aber dann musst du entweder die Morgengabe bezahlen oder deine Frau entlassen.« Allah ging hierauf weg, kaufte Fleisch, Reis und Schmalz und was er sonst brauchte, ging zu Subaida und erzählte ihr, was vorgefallen. Subaida sagte ihm, »zwischen heute und morgen können Wunder vorfallen, wie ein Dichter sagt. Die Nächte gingen mit Ereignissen schwanger und können allerlei Wunder gebären.« Sie bereitete dann die Speisen zu und richtete den Tisch her. Als sie gegessen und getrunken und sich belustigt hatten, sagte Allah, »steh jetzt auf und lass mich eine schöne Arie hören.« Subaida nahm die Laute und brachte Töne hervor, die Felsen entzückten, als wenn die Seiten David angerufen hätten. Als sie hierauf in ein rascheres Tempo überging, wurde an die Tür geklopft. Allah ging an die Tür und fand vier als derwische gekleidete Männer, welche ihm sagten, »wir sind hier fremd und möchten diese Nacht bei dir ausruhen und morgen wieder gehen. Gott wird dich dafür belohnen. Wir hören gern singen, und jeder von uns weiß viele Kasidetten und Lieder und andere Gedichte auswendig.« Allah öffnete mit Subaidas Einwilligung die Türe, hieß die Fremden sitzen und nahm sie gut auf. Nach einer Weile sagten sie ihm, »mein Herr, wir wollen nicht den Morgen gleichen, der manches nächtliche Vergnügen stört.« »Was meint ihr damit?« fragte Allaheddin. Sie antworteten, »ein Dichter hat gesagt, wir wünschen nichts als eure Gesellschaft, das Essen ist nur ein Merkmal der Tiere.« »Wir haben hier singen hören, und nun hat der Gesang aufgehört, ist die Sängerin wohl eine weiße oder eine schwarze Sklavin oder ein Mädchen von guter Familie?« Allah antwortete, »sie ist meine Gattin«, und erzählte ihnen hierauf, wie es ihm mit ihr gegangen und wie er seinem Schwiegervater zehntausend Dinare versprechen mußte, die er in zehn Tagen bezahlen sollte.« Da sagte ihm einer der Derwische, »gräme dich nicht und sei nur frohen Muts. Ich bin der oberste eines Stifts und gebiete über vierzig Derwische. Ich will dir schon zehntausend Dinare zusammenbringen, dass du die Morgengabe bezahlen kannst. Doch lass deine Gattin noch etwas spielen, dass wir uns daran ergötzen, denn Musik ist dem einen wie ein Mittagessen, dem anderen wie eine Arznei und dem dritten wie ein Fächer.« Diese vier Männer waren der Kalif Harun Araschid, sein Vesier Jafar, der Dichter Abu Nuwas und Masrur, das Schwert der Rache. Der Kalif hatte nämlich, als er nicht schlafen konnte, zu seinem Vesier gesagt, »wir wollen ein wenig in der Stadt herumgehen, denn meine Brust ist beklommen.« Sie hatten sich daher als Derwische verkleidet und waren unerkannt an diesem Hause vorübergekommen, wo sie die Musik hörten und beschlossen, die Nacht hier zuzubringen, die ihnen auch bei heiterem Gespräch in vollem Anstand angenehm vorüberging. Des Morgens legte der Kalif hundert Dinare unter den Teppich und entfernte sich mit den anderen. Als die Frau den Teppich aufhob und die hundert Dinare fand, gab sie sie ihrem Gatten und sagte ihm, »nimm dies Geld, das die Derwische, ohne dass ich es merkte, unter den Teppich gelegt.« Ala nahm es und kaufte Fleisch, Reis und Schmalz und was er sonst für die nächste Nacht brauchte, zündete Wachslichter an und sagte zu Subeida, »die Derwische haben noch nichts von den zehntausend Dinaren gebracht, das sind prahlerische Menschen.« Auf einmal wurde an die Tür geklopft. Ala ging hinunter und öffnete, führte die vier Gäste wieder herauf und fragte sie, ob sie die zehntausend Dinare gebracht haben. Sie antworteten, »noch war es uns nicht möglich, doch sei unbesorgt, morgen werden wir unsere chemischen Zubereitungen beginnen, lass uns jetzt wieder eine Arie hören, um unser Herz zu laben, denn wir sind große Musikfreunde.« Subeida spielte etwas auf der Laute, daß Steine dabei hätten tanzen mögen, und auch diese Nacht verging wieder bei Gesang, Musik und munteren Gesprächen. Als das Morgenlicht heranbrach, legte der Kalif wieder hundert Dinare unter den Teppich. In der zehnten Nacht kam der Kalif nicht. Am folgenden Morgen schickte er aber zu dem Obersten der Kaufleute und ließ sich fünfzig Ballen ägyptische Waren bringen, jeden für tausend Dinare. Dann ließ er einen seiner Sklaven rufen, gab ihm ein Kleid, zwei goldene Waschbecken und Kannen und einen Brief und sagte ihm, »nimm dies alles, geh in das Stadtviertel so und so zu dem Obersten der Kaufleute und frage ihn, wo wohnt mein Herr Alaeddin Abu-Jamad? Man wird dir dort seine Wohnung angeben.« Subeidas Vetter war eben zu ihrem Vater gegangen und hatte ihm gesagt, »lass uns jetzt zu Alaa gehen, um deine Tochter von ihm scheiden zu lassen.« Sie gingen miteinander nach der Wohnung Alaedins und sahen fünfzig Maultiere mit Waren beladen und einen Sklaven, der auf einem Maultier ritt. Da fragten sie ihn, »wem gehören diese Waren?« Er antwortete, »meinem Herrn Alaa, sein Vater hat ihn mit Waren hergeschickt, die ihm die Beduinen geraubt haben, drum schickt er ihm jetzt andere Waren nebst einem Maultier mit fünfzigtausend Dinaren beladen und einem Päckchen, worin ein kostbares Kleid und zwei goldene Waschbecken und einen Zobelpelz.« Da sagte Subeidas Vater, »Alaa ist mein Verwandter, ich will euch sein Haus zeigen.« Alaa saß eben höchst betrübt in seinem Hause, und als an die Türe geklopft wurde, sagte er zu Subeida, »gewiss hat dein Vater dem Richter oder der Polizei geschrieben.« Sie erwiderte, »geh hinunter und sieh!« Er öffnete die Türe und sah seinen Schwiegervater und ein Maultier, auf dem ein schöner, brauner Sklave saß. Als dieser abstieg und Alaa die Hand küsste, fragte er, »wer bist du?« Er antwortete, »ich bin der Sklave meines Herrn Shems-Edin, Oberaufseher der Kaufleute Ägyptens. Er schickt mich mit diesem Brief zu dir.« Alaa öffnete den Brief, welcher folgende Zeilen enthielt. Nach dem herzlichen Gruß und Glückwunsch von Shems-Edin an meinen Sohn Alaa-Edin. Wisse, mein Sohn, ich habe gehört, dass deine Leute getötet und dein Gut geplündert worden. Ich schicke dir daher andere fünfzig Ballen und ein Maultier, ein schönes Kleid und ein goldenes Waschbecken und einen Zobelpelz. Sei nur ganz beruhigt, betrachte das verlorene Gut als ein Lösegeld für deine Person und kräme dich nicht weiter darüber. Deine Mutter und alle Hausgenossen sind wohl und grüßen dich vielmal. »Ich habe auch vernommen, mein Sohn, dass man dich mit der Frau Subaida verheiratet und dir zehntausend Dinare als Morgengabe auferlegt hat. Du erhältst daher durch den Sklaven Selim fünfzigtausend Dinare. Bezahle die Morgengabe davon und lebe vom Übrigen.« Alaa wendete sich, als er den Brief gelesen hatte, zu seinem Schwiegervater und sagte ihm, »Mein Herr, hier sind zehntausend Dinare als Morgengabe deiner Tochter. Nimm auch die Waren, die mir mein Vater schickt, und handle damit. Du sollst den Gewinn für dich behalten, wenn ich nur das Kapital wiedererhalte.« Jener erwiderte aber, »Ich nehme nichts bei Gott, und was die Morgengabe betrifft, so magst du dich darüber mit meiner Tochter verständigen.« Sie ließen dann die Waren in Alaa Edins Haus bringen. Als Subaida fragte, wem diese Ballen gehören, erzählte ihr ihr Vater alles Vorgefallene, und Alaa Edin öffnete eine Kiste und gab ihr die versprochene Morgengabe. Der Neffe sagte hierauf zu seinem Onkel, »Wirst du Alaa nicht nötigen, seiner Frau den Scheidebrief zu geben?« Der Alte antwortete, »Daran ist nicht mehr zu denken. Er hat das Recht in seiner Hand, denn schon hat er die Morgengabe bezahlt.« Der junge Mann ging betrübt nach Hause, wurde krank und starb. Alaa kaufte, nachdem die Waren untergebracht waren, allerlei Speisen und Wachslichter und ordnete wieder alles wie in den früheren Nächten. Er sagte dann zu Subaida, »Siehst du diese Lügner von Dervischen, die haben ihr Versprechen nicht gehalten?« Sie antwortete, »Du bist der Sohn des Oberaufsehers der Kaufleute und hattest doch kein halbes Silberstück in deiner Hand. Was kannst du von diesen Dervischen verlangen?« »Nun«, versetzte er, »Gott hat gemacht, dass wir ihrer jetzt nicht mehr bedürfen. Wenn sie aber wiederkommen, so öffne ich ihnen die Türe nicht.« »Warum nicht?« fragte Subaida. »Sie haben uns doch Glück gebracht und jeden Abend hundert Dinare unter den Teppich gelegt.« Als des Nachts die Lichter angezündet waren, sagte Alaa zu Subaida, »Komm, spiele wieder etwas auf der Laute.« Kaum begann sie zu spielen, da wurde an die Türe geklopft, und als Alaa Edin öffnete, so waren es die Dervische. Er rief ihnen zu, »Willkommen, ihr Lügner, kommt herauf und nehmt Platz.« Sie setzten sich, aßen, tranken und vergnügten sich, dann beteuerten sie ihre Teilnahme an seiner Lage, fragten ihn, wie es ihm denn mit seinem Schwiegervater gegangen, und versicherten ihm, sie seien nicht imstande gewesen, das Geld herbeizuschaffen. Alaa erzählte den Leuten, was er von seinem Vater aus Kahira durch den Sklaven Selim erhalten, wie dadurch zwischen ihm und seinem Schwiegervater Friede geworden und wie er nun im unangefochtenen Besitz seiner Gattin bleibe. Während hierauf der Kalif sich einen Augenblick entfernte, neigte sich Jaffar zu Alaa hin und sagte ihm, »Betrage dich nur mit Anstand.« Alaa Edin versetzte, »Habe ich mich etwa gegen den Fürsten der Gläubigen vergangen?« Jaffar erwiderte, »Der Mann, der eben hinausgegangen, ist der Kalif, der Fürst der Gläubigen. Ich bin Jaffar, und hier ist Masrur, das Schwert der Rache, und der Dichter Abu Nuwas. Nimm nur deinen Verstand zusammen und bedenke einmal, wie weit von Bagdad nach Kahira ist. Hat man nicht fünfundvierzig Tage daran zu reisen? Du aber hast deine Waren erst vor zehn Tagen verloren. Wie konnte dein Vater in dieser kurzen Zeit Nachricht davon haben, neue Waren packen und sie wieder herschicken?« »Du hast recht«, sagte Alaa, »aber, mein Herr, woher kamen sie denn?« »Vom Kalifen«, antwortete Jaffar. Bei diesen Worten kam der Kalif wieder ins Zimmer. Alaa stand auf, küßte ihm die Hand und sagte, »Gott, erhalte dich lange, o Fürst der Gläubigen, und entziehe mir nie deine Gnade und dein Wohlwollen.« Der Kalif bat dann Subaida wieder etwas zu spielen, als Lohn für ihr Heil. Subaida nahm die Laute und spielte so schön, dass selbst Felsen von ihr entzückt waren. Am folgenden Morgen ließ der Kalif Alaa in den Divan rufen. Alaa ging zum Kalifen, der auf seinem Thron in dem Divan saß, und sprach folgende Verse. »Jeden Morgen begrüße dich neues Glück, o Hochverehrter, den Feinden zum Trotz, mögen alle deine Tage weiß und die deiner Feinde schwarz sein.« Der Kalif bewillkommte Alaa, ließ einen Kaftan bringen, den er ihm als Ehrenkleid schenkte, ernannte ihn zum Oberaufseher der Kaufleute und wies ihm einen Platz im Staatsrat an. Alaa-Edin überreichte dem Kalifen zehn Schüsseln und sagte ihm, »Der Prophet hat auch Geschenke angenommen, drum bringe ich dir diese Schüsseln mit dem, was drin ist, als Geschenk.« Und der Kalif nahm sie an. Als Alaa's Schwiegervater Alaa in seinem Kaftan sah, sagte er, »O König der Zeit, was bedeutet dieser Kaftan?« Der Kalif antwortete, »Ich habe ihn zum Oberaufseher der Kaufleute ernannt, und du bist abgesetzt. Die Ehrenstellen werden von mir verliehen und sind nicht lebenslänglich.« Subeidas Vater versetzte, »Er gehört ja zu uns, du hast wohlgetan. Möge Gott unsere Besten immer aus den Unsrigen nehmen, wie mancher Junge ist herangewachsen, dem die Alten die Hand küssen.« Der Kalif schrieb dann einen Firmann für Alaa und schickte ihn dem Polizeiobersten. Dieser gab ihn dem Ausrufer, der ihn bekannt machte. Er lautete, »Niemand anders als Alaa ist Oberaufseher der Kaufleute. Sein Wort werde gehört und befolgt, und ihm selbst erweise man Achtung und Ehrfurcht.« Am folgenden Morgen mietete Alaa einen Laden und ließ durch einen Sklaven seine Waren verkaufen, er selbst aber eilte nach dem Diwan. Da kam jemand zum Kalifen und sagte, »Du mögest leben für deinen Gesellschafter, der zu Gottes Barmherzigkeit übergegangen ist.« Der Kalif fragte, »Wo ist Alaa?« Alaa, der eben in den Diwan trat, näherte sich dem Kalifen, und dieser bekleidete ihn wieder mit einem Kaftan, ernannte ihn zu seinem Gesellschafter und setzte ihm ein Gehalt von tausend Dinaren fest. Nachdem Alaa einige Zeit den Dienst eines Gesellschafters vom Kalifen versehen hatte, kam eines Tages ein Emir mit einem Schwert in der Hand in den Diwan und sagte, »O Fürst der Gläubigen, du mögest leben für den Obersten der Sechzig, denn er ist tot.« Der Kalif sagte, »Gebt Alaa einen Ehrenkaftan, er werde Oberst der Sechzig, und da der Verstorbene weder Kinder noch Frau hinterlassen hat, so schenke ich ihm auch alles, was er besessen.« Als hierauf der Diwan aufgehoben wurde, ritt Alaa in Begleitung des Obersten der Leibwache des Kalifen mit vierzig Soldaten, die jedes Mal dem Obersten der Sechzig als Ehrenwache beigegeben wurden, nach Hause und wurde auch von demselben als Sohn adoptiert. Eines Tages, als Alaa vom Diwan nach Hause ritt und der Oberst mit seinen Wachen ihn verließ, ging er in das Gemach seiner Frau. Sie stand wie gewöhnlich auf, um ein Licht anzuzünden. Als sie aber draußen war, hörte Alaa, welcher sitzen blieb, auf einmal ein lautes Geschrei. Er lief schnell hinaus, um zu sehen, wer so geschrien, und siehe da, es war Subaida, die er leblos auf dem Boden fand. Da Alas Haus dem seines Schwiegervaters gegenüber war, rief er ihm zu, »Du mögest leben für deine Tochter Subaida.« Der Alte kam herüber und rief, »Mögest du leben, mein Sohn?« Dann sagte er, »Mein Sohn, die Ehre, die man dem Toten noch erweisen kann, ist die, ihn würdig zu beerdigen.« Sie wählten dann eine Grabstätte und suchten einander gegenseitig zu trösten. Alaa zog Trauerkleider an, blieb aus dem Diwan und weinte und seufzte immerfort. Da sagte der Kalif, »Lass uns heimlich zu ihm gehen, um zu sehen, wie er sich befindet.« Als Alaa den Kalifen kommen sah, stand er auf, ging ihm entgegen und küßte ihm die Hände. Der Kalif sagte ihm, »Mein Herz ist mit dir, o Alaa, warum kommst du nicht mehr in den Diwan? Warum gibst du dich so der Trauer über deine Gattin hin? Fasse einmal den Gedanken, dass sie zu Gottes Barmherzigkeit übergegangen und dass dafür nichts mehr zu tun ist.« Alaa versetzte, »O König der Zeit, ich werde bis zu meinem Tode sie nicht vergessen und will auch einst ihr Grab teilen.« Der König bat ihn dann, nicht länger aus dem Diwan zu bleiben. Am folgenden Morgen ritt da Herr Alaa wieder aus, begab sich zu dem Kalifen und verbeugte sich vor ihm. Der Kalif erhob sich vom Thron, um ihn zu bewillkommenen, und wies ihm wieder seinen früheren Platz an. Nach der Sitzung sagte ihm der Kalif, »Alaa, du bist diesen Abend mein Gast.« Der Kalif ging dann in seinen Harem, rief seine Sklavin Kud al-Kulub und sagte ihr, »Alaa hatte eine Gattin, welche ihm allen Kummer verscheuchte, die ist nun tot. Ich wünsche daher, dass du ihm etwas auf der Laute vorspielst, um ihn zu erheitern.« Als Alaa des Abends ins Schloss kam und Kud al-Kulub ihm vorspielte, fragte ihn der Kalif, was er von diesem Spiel halte. Alaa antwortete, »Das Spiel Subaidas sei ergreifender gewesen.« Da sagte der Kalif, »Diese Sklavin hat dir aber doch auch gefallen.« »Ihr Spiel ist sehr angenehm,« antwortete Alaa. »Nun versetzte der Kalif, »bei dem Leben meines Hauptes und dem Grabe meiner Ahnen, du musst sie mit allen ihren Dienerinnen von mir als Geschenk annehmen.« Alaa glaubte, der Kalif scherzte nur mit ihm, aber am folgenden Morgen ging der Kalif zu Kud al-Kulub und sagte ihr, »Ich habe dich und alle deine Dienerinnen Alaa geschenkt.« Kud al-Kulub freute sich sehr darüber, denn sie hatte Alaa gesehen und liebte ihn. Der Kalif ging dann vom Serai in den Diwan, rief zwei Diener und sagte ihnen, »Nehmet Kud al-Kulub und ihre Dienerinnen mit allem, was ihr gehört, und tragt sie in einer Sänfte in Alas Haus.« Als Kud al-Kulub in Alas Haus war, sagte sie ihren zwei Kammerfrauen, »Eine von euch setze sich auf das Sofa zur rechten der Tür und eine zur linken, und wenn Alaa kommt, so küsst ihm die Hand und sagt ihm, »Unsere Herrin Kud al-Kulub wünscht dich bei sich zu sehen, denn der Kalif hat sie dir mit allen ihren Dienerinnen geschenkt.« Als Alaa diese Damen aus dem Schloss des Kalifen sah, war er sehr erstaunt und dachte, »Ist das nicht mein Haus? Was gibt's wohl da?« Die Damen küßten ihm die Hände und sagten, »Wir sind Kammerfrauen des Kalifen und wiederholen, dass der Kalif dir Kud al-Kulub geschenkt hat, die dich nun bittet, zu ihr zu kommen.« Alaa antwortete, »Sagt ihr, sie sei willkommen, doch werde ich nie ihre Wohnung betreten, solange sie darin ist, denn was dem Herrn ziemt, gehört dem Diener nicht. Sagt ihr auch, dass sie von mir dasselbe Monatsgeld haben soll, das sie vom Kalifen erhalten.« Eines Tages blieb Alaa wieder vom Divan weg, da sagte der Kalif zu Jaffar, »Ich habe Alaa, um ihn zu trösten, Kud al-Kulub geschenkt, warum bleibt er jetzt vom Divan weg?« Jaffar antwortete, »O Fürst der Gläubigen, mit Recht sagt man, wer eine Geliebte wiederfindet, vergisst seine Freunde.« Der Kalif ging mit seinem Visier wieder zu Alaa, dieser stand auf und küßte dem Kalifen die Hand. Als der Kalif Alaa noch sehr traurig fand, fragte er ihn, »Was bedeutet diese Trauer? Hat dir Kud al-Kulub keinen Trost gewährt?« Alaa antwortete, »Was dem Herrn gehört, ziemt dem Diener nicht, darum bin ich nicht in ihr Gemach gegangen und weiß gar nichts von ihr.« Der Kalif ging erstaunt zu Kud al-Kulub, und nachdem er sich von der Wahrheit der Aussage Alas überzeugt hatte, ließ er sie wieder in den Zerai bringen und kehrte, nachdem er Alaa Edin gebeten, wieder in den Divan zu kommen, entschloss zurück. Am folgenden Morgen begab sich Alaa wieder in den Divan und nahm seinen Platz als Sultan der Sechzig ein. Da befahl der Kalif seinem Schatzmeister, dem Visier zehntausend Dinare zu geben und befahl diesem, auf den Sklavenmarkt zu gehen, um Alaa eine Sklavin für zehntausend Dinare zu kaufen. Der Visier gehorchte und ging mit Alaa auf den Markt, wo gerade, so wollte es die göttliche Fügung, auch der Emir Khalid, der Polizeioberste, eine Sklavin suchte. Dieser hatte nämlich eine Frau, welche Khatun hieß, und einen sehr hässlichen Sohn, mit Namen Habsalam. Letzterer war schon zwanzig Jahre alt und konnte noch nicht auf einem Pferd reiten. Indessen wünschte doch Khatun sehr, ihrem Sohn eine Frau zu geben. Da er aber so hässlich war, dass ihn keine Jungfrau und keine Witwe heiraten wollte, sagte sie zu ihrem Gatten, »wir wollen für Habsalam eine Sklavin kaufen.« Als Jaffar und Alaa auf den Sklavenmarkt kamen und eine sehr schöne und wohlgewachsene Sklavin an der Hand ihres Maklers sahen, sagte diesem der Visier, »rufe sie einmal für tausend Dinare aus.« Der Makler kam dann vor Khalid damit vorüber, und Habsalam fand sie so reizend, dass er seinen Vater bat, sie ihm zu kaufen. Khalid fragte die Sklavin, wie sie heiße, und sie antwortete, »mein Name ist Jasmin.« Khalid sagte zu seinem Sohn, »da sie dir so gut gefällt, so gebe ich tausend und ein Dinar.« Als der Makler wieder zu Jaffar kam, bot dieser zweitausend, und so oft Habsalam einen Dinar mehr bot, stieg Jaffar um tausend Dinare. Dies betrübte Habsalam sehr, er fragte den Makler, »wer überbietet mich so?« Der Makler antwortete, »der Visier Jaffar, der sie für Alaa kauft.« Als endlich Jaffar zehntausend Dinare bot, schlug sie ihr Herr los und nahm das Geld. Alaa führte Jasmin in sein Haus und sagte ihr, »ich schenke dir deine Freiheit im Angesicht Gottes,«, schrieb dann einen Ehekontrakt und heiratete sie als ein freies Mädchen. Habsalam aber ging sehr bestürzt und liebeskrank nach Hause, warf sich aufs Bett und wollte nichts genießen. Seine Mutter Katun besuchte ihn und fragte, was ihn so krank mache. Er antwortete, »kauf mir Jasmin.« »Recht gerne,« rief Katun, »sobald deren vorüberkommen, kaufe ich dir.« Da sagte Habsalam, »ich meine nicht Jasmin zum Riechen, sondern eine Sklavin, welche so heißt.« Katun ging zu ihrem Gatten und sagte ihm, »warum hast du meinem Sohn die Sklavin Jasmin nicht gekauft?« Er antwortete, »was dem Herrn gebührt, ziemt dem Diener nicht. Es stand nicht in meiner Gewalt, sie zu kaufen, denn Jaffar hat sie für Alaa, den Sultan der Sechzig, gekauft.« Habsalams Übel wurde immer bedenklicher. Er nahm keine Nahrung an und seine Mutter war so verzweifelt, dass sie schon eine Trauerbinde umwand, als die Mutter des Diebs Achmed sie besuchte. Dieser Achmed war ein so gewandter Dieb, dass er dichte Mauern durchbrach und hohe überstieg und einem den Kohel aus den Augen zu stehlen verstand. Er wurde aber einst doch auf einem Diebstahl ertappt und vom Polizeiobersten vor den Kalifen geführt, der ihn zum Tode verurteilte. Der Visier Jaffar bat aber um Gnade für ihn, und als der Kalif, der Jaffars bitte nie verwarf, ihm entgegnete, »soll ich das Verderben über die Muselmänner loslassen?« antwortete er, »sperre ihn ein, denn wer das erste Gefängnis gebaut hat, war ein kluger Mann, es ist das Grab der Lebendigen und die Freude der Feinde.« Achmed wurde eingekerkert und gefesselt, und man schrieb auf seine Ketten, bis zum Tode verurteilt, nicht zu entfesseln, bis er auf die Waschbank kommt. Achmed bat seine Mutter, welche ihm Vorwürfe über seinen Lebenswandel machte und zu essen und zu trinken brachte, sich an die Frau des Emir Khalid zu wenden, um durch die Vermittlung ihres Gatten vom Kalifen begnadigt zu werden. Als daher die alte Katun mit einer Trauerbinde fand und von ihr Habsalams Krankheit und dessen unglückliche Liebesgeschichte vernahm, sagte sie, »Wie wäre es, wenn jemand ein Mittel fände, deinem Sohn seine Gesundheit wiederzugeben?« »Wie vermagst du das?« »Ich habe einen Sohn, der heißt Achmed, der Dieb, und ist zu ewiger Gefängnisstrafe verurteilt. Ziehe nun deine schönsten Kleider an und deinen kostbarsten Schmuck, und geh deinem Gatten mit heiterem Gesichte entgegen. Wenn er dann dich umarmen will, so erlaube es ihm nicht, sondern sage, »Bei Gott, schön, wenn der Mann etwas von seiner Frau will, so dringt er in sie, bis sie es ihm gewährt. Will aber die Frau etwas, so wird es ihr abgeschlagen.« Wenn er dich dann fragt, welche Angelegenheit dir am Herzen liege, so antworte, »Ich sage dir's nicht, bis du mir die Erfüllung meines Wunsches zuschwörst. Wenn er dir dann bei seinem Haupte oder bei Gott schwören will, so sage nur, er soll bei seiner Scheidung von dir schwören. Tut er dies, so sage ihm, »Du hast im Gefängnis einen Hauptmann mit Namen Achmed. Der hat eine arme Mutter, die mich gebeten hat. Du möchtest ihn doch loslassen und dem Kalifen vorstellen, damit er Buße tue.« Als der Polizeioberste zu seiner Gattin kam, befolgte sie den Rat der Alten, und am folgenden Morgen ging er ins Gefängnis zu Achmed und fragte ihn, ob er Buße tun wolle. Achmed antwortete, »Ich kehre zu Gott zurück und flehe ihn im Herzen um Vergebung an.« Khalid führte ihn gefesselt mit sich in den Divan und küßte die Erde vor dem Kalifen. Als dieser den Emir fragte, was er begehre, stellte er ihm den Dieb Achmed vor und sagte, »Dieser Unglückliche hat eine arme, verlassene Mutter, die er bisher ernährt. Sie kam daher zu deinem Sklaven und beschwor ihn, bei dir, o Fürst der Gläubigen, Fürbitte einzulegen, dass du ihn entfesseln lassest und wieder zum Hauptmann einsetzest. Er wird sich gewiß bessern.« Der Kalif fragte Achmed, »Bist du noch am Leben?« Er antwortete, »Das Leben des Unglücklichen ist zäh.« »Hast du dich gebessert?« fragte der Kalif wieder. Er antwortete, »Ich habe mich zu Gott bekehrt.« Dann ließ der Kalif, um sein Wort nicht zu brechen, einen Juden rufen und Achmed auf der Waschbank entfesseln. Dann schenkte er ihm wieder eine Hauptmannsuniform und empfahl ihm, einen guten Lebenswandel zu führen. Achmed küßte dem Kalifen die Hand, ging in seiner Uniform weg und wurde als Hauptmann ausgerufen. Als nach einiger Zeit Achmeds Mutter zu Kalids Gattin kam, sagte ihr diese, »Ich sehe deinen Sohn frei umhergehen. Bitte ihn nun, er möchte ein Mittel erfinden, die Sklavin Jasmin, meinem Sohn Habsalam, zu bringen.« Die Alte ging zu ihrem Sohn, der eben betrunken nach Hause kam, und sagte ihm, »Mein Sohn, du verdankst deine Befreiung?« Die Befreiung aus dem Gefängnis nur der Frau des Polizeiobersten suche daher, ein Mittel à la umbringen zu lassen und seine Sklavin Jasmin ihrem Sohn Habsalam zu verschaffen. »Nichts ist leichter als dies,« versetzte Achmed. »Ich will noch diese Nacht dafür sorgen.« Die Bestimmung wollte, dass jene Nacht gerade die erste des Monats war. Diese pflegte der Fürst der Gläubigen bei der Frau Subay dazu zu bringen, auch schenkte er gewöhnlich einem Sklaven oder einer Sklavin die Freiheit. Der Kalif war auch gewöhnt, ehe er schlafen ging, sein königliches Gewand, seinen Rosenkranz, Stab und Siegel und eine kostbare goldene Lampe mit drei Edelsteinen im Wohnzimmer zu lassen und den Agas anzuvertrauen. Der Dieb Achmed wartete, bis die Nacht weit vorgerückt war, und alle Leute schliefen. Da nahm er ein Schwert in seine Rechte und ein Fangeisen in seine Linke, stieg auf die Terrasse, die über das Kalifen Wohnzimmer ging, hob eine Platte auf und stieg hinunter. Da die Agas schon schliefen, goss ihnen Achmed noch einen Schlaftrunk ein, nahm das Kleid des Kalifen, seinen Rosenkranz, sein Tuch, sein Siegel und die Lampe mit Edelsteinen, stieg wieder auf die Terrasse und ging in Alas Haus, der diese Nacht das Hochzeitsfest mit seiner Sklavin feierte, hob eine marmorne Platte auf, machte eine kleine Höhle darunter, legte die gestohlenen Kleinodien des Kalifen bis auf die Lampe in den Saal, setzte dann die Platte wieder an ihre Stelle und ging mit der Lampe fort und dachte, »Wenn ich wieder trinke, so stelle ich die Lampe auf und beleuchte den Becher damit.« Als der Kalif morgens aufstand, fand er die Agas schlaftrunken. Er weckte sie auf und streckte seine Hand aus, um nach seinem Kleid zu greifen. Fand aber weder Kleid, noch Stock, noch Siegel, noch Rosenkranz. Da geriet er in heftigen Zorn, zog das Kleid des Unwillens an, welches rot war, und ging auf den Divan. Da kam der Visier, küßte die Erde und sagte, »Gott, wende alles Übel vom Fürsten der Gläubigen ab.« »Das Übel ist im Übermaß vorhanden,« erwiderte der Kalif. »Was ist geschehen?« Der Kalif erzählte ihm von dem Diebstahl, der im Schloss begangen worden war. Da trat auch der Polizeioberste herein von Ahmed begleitet. Der Kalif fragte jenen, »Was berichtest du mir über den Zustand Bagdads?« Er antwortete, »In der ganzen Stadt ist alles in Ruhe und Frieden.« »Du lügst,« schrie ihn der Kalif an, erzählte ihm seine Geschichte und sagte ihm, »Du musst mir alles wieder verschaffen oder sterben.« Kalid versetzte, »Wie kann ich dies, o Fürst der Gläubigen?« Jedes Essigwürmchen, das sich im Palast findet, gehört hinein, kein Fremder kann hier Zutritt haben. Übrigens, lass zuerst den Dieb Ahmed sterben, denn er kennt die Diebe und Verräter am besten und ist der Führer der Nachtwache.« Ahmed trat hervor und sagte, »Der Kalif erlaube mir, für den Polizeiobersten Fürsprache zu tun, ich bürge dafür, dass sich der Dieb durch meine Nachforschungen finden wird. Doch gib mir zwei Kadis und zwei Zeugen mit, denn wer so etwas tut, fürchtet mich und den Polizeiobersten und noch andere nicht.« Der Kalif sagte, »Zuerst muss in meinem Serai gesucht werden, dann in dem des Vesiers, dann bei dem Sultan der Sechzig, denn gewiß hat eine mir nahestehende Person diesen Raub begangen, aber bei dem Leben meines Hauptes, wer mich bestohlen hat, der muss getötet werden und wäre es mein eigener Sohn.« Ahmed ließ sich einen Führmann geben, um die Häuser zu durchsuchen, und ging mit einem Stock in der Hand, von dem ein Drittel aus Bronze, ein Dritteil aus Kupfer und ein Dritteil aus Eisen war, und untersuchte den Serai des Sultans und den des Vesiers. Dann ging er zu den Schlossverwaltern und Adjudanten. Endlich kam er zu Ala, der eben seine Gattin Jasmin verlassen hatte. Als Ala die Türe öffnete und den Polizeiobersten mit seinem Gefolge sah, fragte er, »Was gibt es Neues, Emir Kalid?« Der Emir erzählte ihm, was vorgefallen, und sagte, »Verzeiht, mein Herr, ihr seid ein Emir, der gewiß keinen Diebstahl begeht, aber wir haben den Befehl vom Kalifen, alle Häuser zu durchsuchen.« Kalid trat hierauf mit den Kadis, den Zeugen, und Ahmed in Alas Gemach, wo des Kalifen Kleid verborgen war. Ahmed ließ mit Vorsatz den Stock auf die Marmorplatte fallen, unter welche er das Gestohlene verborgen hatte, so dass sie zerbrach, und, da man etwas darunter schimmern sah, fragte er, »Was liegt da unten?« »Hier ist gewiß der ganze Diebstahl verwahrt.« Als er hierauf die Platte weghob und das Kleid des Kalifen zum Vorschein kam, wurde Ala festgenommen, und man riss ihm den Turban vom Haupt und machte ein Verzeichnis von seinem ganzen Vermögen. Ahmed bemächtigte sich der schwangeren Sklavin Jasmin, gab sie seiner Mutter und sagte ihr, »Führe sie zur Frau des Polizeiobersten.« Sobald Habsalam die Sklavin sah, wurde er wieder gesund, stand freudig auf und näherte sich ihr. Sie zog aber einen Dolch und sagte, »Entferne dich von mir, sonst töte ich dich und mich.« Als seine Mutter sie deshalb schmähte, sagte Jasmin, »Du Hündin, nach welcher Schule ist es einer Frau erlaubt, zwei Männer zu haben? Was haben Hunde im Lager der Löwen zu schaffen?« Als Habsalam hierauf noch kränker als zuvor wurde, sagte seine Mutter zu Jasmin, »Du Hündin, bringst mich um meinen Sohn. Stirb nur, denn Ala wird gewiß gehängt.« Sie zog ihr dann ihre seidenen Kleider und ihren Schmuck aus, gab ihr grobe Beinkleider und ein haarenes Hemd, führte sie in die Küche, behandelte sie als gemeine Sklavin und sagte ihr, »Dein Lohn sei nun, dass du Holz spaltest, Zwiebeln schälst und Feuer unter die Pfanne legst.« Jasmin erwiderte, »Ich will lieber jede Pein tragen und jeden Dienst versehen, als deinen Sohn anblicken.« Aber Gott flößte den übrigen Sklavinnen Mitleid für Jasmin ein, sodass sie manche Arbeit in der Küche für sie verrichteten. Ende von Abschnitt 36 Abschnitt 37 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ala-Edin Abu-Shammatz Teil 3 Ala wurde inzwischen in den Divan geführt. Als der Kalif, der gerade auf seinem Thron saß, die Leute mit Ala und seinem Kleid kommen sah, fragte er, »Bei wem habt ihr es gefunden?« Man antwortete, »Mitten im Hause Alas.« Der Kalif war höchst erzürnt, und da er bei dem Kleid und den übrigen Effekten die Lampe nicht fand, fragte er Ala, »Wo ist die Lampe?« Ala antwortete, »Ich habe nichts gestohlen, nichts gesehen und weiß von nichts.« Der Kalif schrie ihn an, »Treuloser, musstest du mich verraten, der du doch mein Vertrauen besaßest und mir so nahe standest?« Dann erteilte er den Befehl, ihn auf den Hinrichtungsplatz zu hängen. Der Polizeioberste führte Ala auf die Straße, man rief vor ihm aus, »Das ist der Lohn, und zwar der geringste Lohn des Verräters gegen den rechtgläubigen Kalifen.« Und eine große Menschenmasse versammelte sich auf dem Hinrichtungsplatz. Sobald aber das Urteil über Ala gesprochen war, lief einer der Wasserträger des Schlosses zu dem Obersten der Leibwache, welcher auch Ahmed hieß, und sagte ihm, nachdem er ihm die Hände geküsst hatte, »Verehrter Herr, du sitztest hier ganz ruhig, und das Wasser steht schon zu deinen Füßen. Weißt du denn nicht, dass man deinen Schützling Ala hängen will?« Ahmed fragte Hassan Schumann, was er in dieser Sache zu leisten vermöge. Dieser sagte, »Alaeddin ist unschuldig, gewiß hat irgendein Feind ihm diesen Streich gespielt.« Ahmed fragte, »Und was ist dein Rat?« Hassan antwortete, »Wir müssen ihn mit Gottes Hilfe retten.« Er ging hierauf ins Gefängnis und sagte dem Wächter, »Gib einen Gefangenen heraus, der den Tod verdient.« Der Wächter lieferte ihm einen Mann aus, der die größte Ähnlichkeit mit Ala hatte. Als man Ala hängen wollte, trat Ahmed dem Henker auf den Fuß und sagte ihm, »Nimm diesen Mann und hänge ihn an Alas Stelle, denn es geschieht ihm Unrecht. Darum will ich ihn retten, wie einst Ismael durch einen Widder gerettet worden.« Die Araber lassen Ismael statt Isaak von Abraham opfern und durch die Verwechslung mit einem Widder gerettet werden. Der Henker tat dies, und Ala ging mit Ahmed in sein Haus. Ahmed fragte dann Ala, »Was hast du für eine Tat begangen? Kennst du nicht die Worte des Mannes, der gesagt hat, bist du auch ein Verräter, so verrate doch den nicht, der dir Sicherheit schenkt. Der Kalif hat dir doch das höchste Vertrauen geschenkt. Wie verfuhrst du so gegen ihn?« Ala antwortete, »Bei dem höchsten Namen, mein Oberster, ich bin unschuldig und weiß nicht, wer den Diebstahl begangen.« Ahmed versetzte, »Das muss ein bitterer Feind getan haben, dem aber einst gewiss seine Strafe nicht ausbleiben wird. Indessen darfst du, mein Sohn, nicht länger in Bagdad bleiben, denn es ist nicht gut, Könige als Gegner zu haben. Wer von ihnen aufgesucht wird, hat viele Mühe, verborgen zu bleiben. Darum rate ich dir, mit mir nach Alexandrien zu gehen. Es ist eine gesegnete, blühende Stadt.« Als Ala zur Reise einwilligte, sagte Ahmed zu seinem Adjudanten Hassan, »Gib Acht, wenn der Kalif nach mir fragt, so sage, ich mache eine kleine Lustreise.« Sie reisten dann von Bagdad weg, und kaum waren sie in den Gärten und Weinbergen vor der Stadt, kamen zwei jüdische Steuereinnehmer auf Mauleseln geritten. Ahmed ging auf sie zu und sagte ihnen, »Angebt das Wachgeld, ich bin der Wächter dieses Tals.« Ob schon aber jeder von ihnen hundert Dinare hergab, erschlug sie Ahmed doch, nahm ihre Maulesel und ritt mit Ala nach Ayaz. Hier verkaufte Ala seinen Maulesel, empfahl dem Pförtner des Khans, wo sie abgestiegen waren, den Maulesel Ahmeds und mietete ein Schiff nach Alexandrien. Als sie durch die Straße der Stadt gingen, rief ein Makler einen dem Fiskus gehörenden Laden für neunhundertundfünfzig Dinare aus. Da Ala tausend Dinare bot, ging der Verkäufer den Handel ein und überlieferte ihm die Schlüssel. Ala öffnete den Laden und fand ihn mit Teppichen und Kissen bedeckt. Er enthielt ein ganzes Arsenalmagazin, Säge, Stricke, Mastbäume, Anker, Kisten und Schränke, Säcke voll Steigbügel, Perlen, Panzer, Beile, Messer, Scheren und dergleichen, denn der frühere Eigentümer war ein Trödler. Ahmed sagte dann zu Ala, »Mein Sohn, der Laden mit allem, was darin ist, ist dein Eigentum. Bleibe nun hier und handle redlich und sei zufrieden, Gott wird dich segnen. Ich gehe wieder nach Bagdad, um zu sehen, wer dir diesen Streich gespielt und kehre, so Gott will, bald mit einem Sicherheitsschreiben vom Kalifen zu dir zurück.« Nach drei Tagen schiffte sich Ahmed wieder nach Ayaz ein, nahm dort sein Maultier und ritt nach Bagdad, wo er von Hassan hörte, dass er dem Kalifen während seiner Abwesenheit gar nicht eingefallen sei und sich Mühe gab, weiteres über den Diebstahl zu erfahren. Der Kalif hatte nach der vermeintlichen Hinrichtung Alas zu Jafar, seinem ersten Vesier, gesagt, »Sieh einmal, wie Ala, er denn gegen mich verfahren ist.« Jafar erwiderte, »Du hast ihn dafür zum Strick verurteilt, ist nicht das Urteil vollzogen worden?« Da sagte der Kalif, »Ich will sehen, wie er am Galgen hängt.« Er ging daher mit dem Vesier auf den Hinrichtungsplatz, fand aber den Gehängten größer, als Ala war. Als er Jafar darauf aufmerksam machte, erwiderte dieser, »Wenn man hängt, so streckt man sich.« Der Kalif betrachtete den Gefangenen näher und sagte, »Ala hatte ein weißes Gesicht, und dieses ist schwarz.« Jafar erwiderte, »Weißt du nicht, dass der Tod schwarze Flecken hervorbringt?« Als aber der Kalif hierauf den Gehängten vom Galgen nehmen ließ und auf seinen beiden Fersen die Namen Abu Bekr und Omar fand, die Schiiten oder Anhänger Alis schrieben diese Namen auf ihre Sohlen, um dadurch ihre Verachtung dieser beiden Kalifen kund zu geben, sagte er, »O Vesier, Ala war ein frommer Muselmann, und dieser hier ist ein Ketzer.« Jafar antwortete, »Gepriesen sei Gott, der die Geheimnisse kennt, der Gehängte sei nun Ala oder ein anderer, Gottes Wille ist geschehen.« Der Kalif ließ dann die Leiche beerdigen und fragte nicht mehr weiter nach Ala. Jasmin blieb als Sklavin im Hause des Polizeiobersten Khalid, dessen Sohn Habsalam bald vor Liebeskram starb. Nach einiger Zeit gebar sie einen Sohn, so schön wie der Mond. Da sein Vater ihm keinen Namen geben konnte, nannte sie ihn Aslan, stillte ihn zweieinhalb Jahre lang, dann entwöhnte sie ihn und ließ ihn im Hause umherlaufen. Eines Tages, während Jasmin in der Küche beschäftigt war, ging der Junge die Treppe hinauf, die ins Wohnzimmer führte, wo der Emir Khalid saß. Er nahm das Kind auf den Schoß und fand viel Ähnlichkeit zwischen ihm und Ala und pries den Herrn, der ihn geschaffen. Jasmin suchte überall ihr Kind. Endlich stieg sie auch die Treppe hinauf und sah ihr Kind auf Khalids Schoße, dem Gott viele Liebe für das Kind eingegeben. Als das Kind seine Mutter sah, wollte es zu ihr laufen, aber Khalid hielt es in seinen Armen fest und sagte zu Jasmin, »Tritt näher, wem gehört dieses Kind?« Jasmin antwortete, »Es ist mein Kind und die Frucht meines Herzens.« Khalid fragte, »Und wer ist sein Vater?« »Alaeddin«, versetzte Jasmin, »aber nun sei es dein Kind.« »Ala war ein Verräter«, versetzte Khalid. »Bewahre Gott«, erwiderte Jasmin, »ein treuer Mensch wie er ist kein Verräter.« »Nun«, sagte Khalid, »wenn das Kind heranwächst und dich fragt, wer sein Vater sei, so sage ihm, der Emir Khalid, der oberste der Polizeiwache.« Khalid ließ dann Aslan, nachdem Jasmin ihn bis zum Knabenalter gepflegt hatte, beschneiden und gab ihm einen Lehrer. Nachdem Aslan im Schreiben und Koranlesen gehörige Fortschritte gemacht hatte, führte ihn Khalid, den er stets Vater nannte, auch auf die Rennbahn und unterrichtete ihn in allen Kriegskünsten. Als Aslan ein Alter von vierzehn Jahren erreicht hatte und als junger Emir gekleidet ausging, traf er mit dem Dieb Ahmed zusammen und befreundete sich bald mit ihm. Eines Tages ging er mit ihm in eine Weinschenke, und Ahmed zog die mit Edelsteinen besetzte Lampe des Kalifen heraus und stellte sie vor sich hin und berauschte sich. Aslan bat den Hauptmann Ahmed, ihm diese Lampe zu schenken. Ahmed sagte, er könne diese Lampe nicht verschenken, weil sie einem Menschen das Leben gekostet. »Wem denn?«, fragte Aslan. Ahmed antwortete, »einem Fremden, den man zum Obersten der Sechzig gemacht. Sein Name war Ala-Edin.« »Und wie ging das zu?«, fragte Aslan wieder. Ahmed erzählte ihm hierauf die Geschichte Habsalams, dann die Jasmins, und schloß mit der ungerechten Hinrichtung Alas. Als Aslan dies hörte, dachte er, »Jasmin ist meine Mutter, und gewiss war jener Ala mein Vater.« Er ging unruhig weg und begegnete dem Obersten Ahmed. Als dieser Aslan sah, rief er erstaunt aus, »Gepriesen sei der, dem nichts ähnlich ist.« Da fragte ihn sein Adjutant Hassan, »Worüber wunderst du dich so, mein Oberster?« Er antwortete, »Über die Gestalt und das Gesicht Aslans, der Ala so ähnlich sieht.« Ahmed rief dann Aslan zu sich und fragte ihn, »Wer ist dein Vater?« Er antwortete, »Der Emir Khalid.« »Und deine Mutter?« »Die Sklavin Jasmin.« »Sei frohen Herzens, niemand anders als Ala ist dein Vater, frage einmal deine Mutter.« Aslan ging zu seiner Mutter und fragte sie, wer sein Vater sei, und als sie antwortete, »Der Emir Khalid ist dein Vater?«, versetzte er, »Nein, Ala ist mein Vater.« Jasmin gestand ihm weinend, daß Ala wirklich sein Vater war, daß der Emir ihn aber als seinen Sohn erzogen, worauf er ihr erzählte, was er vom Hauptmann Ahmed gehört. Da sagte Jasmin, »Endlich ist die Wahrheit an den Tag gekommen und hat die Lüge verdrängt. Wenn du zum obersten Ahmed kommst, so bitte ihn, dich mit deinem Vater zu vereinen.« Aslan ging sogleich zum obersten Ahmed, küßte ihm die Hand und sagte ihm, »Ich habe mich überzeugt, daß Ala mein Vater war, und bitte dich nun, Blutrache an seinen Mörder zu nehmen.« »Wer hat deinen Vater gemordet?« »Der Dieb, Ahmed.« »Wieso weißt du das?« »Ich habe bei ihm die Lampe gesehen mit den Edelsteinen, die dem Kalifen gehörte. Ich bat ihn, mir sie zu geben, aber er wollte nicht und sagte, die hat schon ein Leben gekostet, und erzählte mir dann, wie er den Diebstahl begangen und das Gestohlene in meines Vaters Haus niedergelegt habe.« »Das Beste ist,« sagte Ahmed, »wenn du den Emir Khalid in Kriegsrüstung ausgehen siehst, so bitte ihn, daß er dir auch eine militärische Uniform anziehe. Wenn du dich dann vor dem Kalifen tapfer gezeigt hast, und er dich fragt, was du wünschest, so sage, ich verlange, daß Blutrache an dem Mörder meines Vaters genommen werde, und wenn er dir sagt, dein Vater sei ja wohl, so erwidere ihm, Ala sei dein Vater, und der Emir habe dich nur als Sohn erzogen. Erzähle ihm dann, was zwischen dir und dem Dieb Ahmed vorgefallen, und beschwöre ihn, eine Untersuchung anzuordnen. Ich werde dann die Untersuchung selbst leiten.« Aslan ging nach Hause zum Emir, der sich eben rüstete, um in den Divan des Kalifen zu gehen. Da bat er ihn, daß er auch ihn als Krieger kleide und mitnehme. Khalid begab sich mit Aslan zum Kalifen. Dieser ritt zur Stadt hinaus, die Zelte wurden aufgeschlagen, die Krieger stellten sich in Reihen, und Ahmed nahm neben dem Emir Platz. Die Ballspiele begannen, und die Krieger schleuderten sich gegenseitig die Kugeln zu. Es hatte sich aber unter die Kämpfer ein Spion eingeschlichen, der dem Kalifen nach dem Leben trachtete, und ihm eine Kugel ins Gesicht schleudern wollte. Aslan fing sie auf, wendete sie vom Kalifen ab und warf sie dem, der sie geschleudert hatte, zwischen die Schultern zurück, so daß er zu Boden fiel. Der Kalif rief, »Gott, segne dich, Aslan!« Man stieg dann ab und ließ sich auf Stühle nieder, und der Kalif ließ den Verräter vor sich kommen, der nach ihm geworfen, und fragte ihn, was ihn dazu bewogen habe, nach ihm zu werfen. Er antwortete, »Ich bin dein Feind und ein Feind deines Glaubens.« Nachdem der Kalif den Befehl zu dessen Hinrichtung gegeben hatte, sagte er zu Aslan, »Bitte dir etwas von mir aus.« Aslan erwiderte, »Ich wünsche, daß du den Tod meines Vaters reichest.« »Ihr steht ja dein Vater ganz wohl.« »Wen hältst du für meinen Vater, o Fürst der Gläubigen?« »Wen anders als den Emir Kalid?« »Der ist es nur durch die Erziehung.« »Aber Allah ist mein wirklicher Vater.« »Dein Vater war ein Verräter. Er hat mein Kleid und was dabei lag gestohlen.« »O Fürst der Gläubigen, Gott bewahre, mein Vater war kein Dieb. Als dir dein Kleid gestohlen worden, hast du alles, was dabei war, wieder erhalten?« »Bis auf eine Lampe.« »Die habe ich bei Ahmed, dem Dieb, gesehen, und als ich sie von ihm forderte, gab er sie mir nicht, denn er sagte, die hat schon ein Leben gekostet. Dann erzählte er mir, wie der Sohn des Emirs krank war aus Liebe zur Sklavin Jasmin, wie er dann durch dessen Mutter befreit worden, das Kleid und die Lampe gestohlen und jenes in Alas Haus verborgen. »Darum, o Fürst der Gläubigen, räche den Tod meines Vaters an seinem Mörder.« Der Kalif ließ sogleich Ahmed den Dieb von Wachen umgeben, dann fragte er, »Wo ist Ahmed der Oberste?« Als dieser sich näherte, sagte ihm der Kalif, »Untersuche den Dieb Ahmed.« Der Oberste streckte seine Hand in des Diebes Tasche und zog die Lampe heraus. Der Kalif sagte, »Tritt näher, Verräter! Woher hast du diese Lampe?« Der Dieb antwortete, »Ich habe sie gekauft.« »Du lügst!«, schrie ihn der Kalif an und ließ ihn prügeln, bis er alles eingestand, und machte ihm Vorwürfe, dass er durch solche Schandtat, ala Edin ins Verderben gestürzt. Der Kalif ließ dann auch den Emir Kalid festnehmen. Dieser sagte aber, »O Fürst der Gläubigen, mir geschieht Unrecht, denn du hast mir befohlen, ala zu hängen, und ich wusste nichts von den Intrigen, welche zwischen dem Dieb, seiner Mutter und meiner Gattin stattfanden.« Er bat dann auch Aslan, sein Fürsprecher beim Kalifen zu sein. Der Kalif fragte dann, »Wo ist Aslans Mutter hingekommen?« Kalid antwortete, »Sie ist bei mir.« Da sagte der Kalif, »Ich befehle deiner Gattin, dass sie ihre Kleider und ihren Schmuck Jasmin anziehe und sie wieder zur Herrin mache. Man erbreche dann das Siegel vor Alas Haus und gebe seinem Sohn sein ganzes Vermögen.« Dann sagte der Kalif zu Aslan, »Hast du noch etwas zu wünschen?« Er sagte, »Ich wünsche, dass du mich mit meinem Vater vereinigest.« Der Kalif sagte weinend, »Ich habe den Befehl erteilt, deinen Vater zu hängen. Aber bei dem Leben meiner Ahnen, wer mir die Nachricht bringt, dass Ala noch lebt, dem gebe ich, was er begehrt.« Da trat Ahmed, der Oberste, hervor, küßte die Erde vor dem Kalifen und sagte, »Versprich mir Sicherheit, o Fürst der Gläubigen.« Als der Kalif sie ihm gewährte, sagte er, »Ich verkünde dir, dass der treue, redliche Ala noch lebt. Bei dem Leben deines Hauptes, ich habe ihn durch einen anderen ausgelöst, ihn nach Alexandrien gebracht und ihm dort einen Krämerladen geöffnet.« »So mache dich gleich auf den Weg,« sagte der Kalif, »und bringe ihn wieder hierher.« Der Kalif ließ dann Ahmed tausend Dinare geben, mit denen er sich auf den Weg nach Alexandrien machte. Alaeddin hatte indessen nach und nach alles, was im Laden war, bis auf ein kleines Säckchen verkauft. Als er es öffnete, fand er eine Perle an einer goldenen Kette, so groß, dass sie eine ganze Hand ausfüllte. Sie hatte fünf Seiten mit Inschriften, so fein wie die Spuren von kriechenden Ameisen. Da dachte er, »Gott weiß, ob nicht dieses Amulett einen Schatz enthält.« Doch rieb er an allen fünf Seiten und entdeckte nichts. Nach einer Weile kam ein Franke vorüber, der, sobald er das Amulett im Laden hängen sah, sich zu Ala vor seinen Laden setzte und ihn fragte, ob er dieses Amulett verkaufe. Ala sagte, »Was ich im Laden habe, ist mir feil.« Da fragte der Franke, »Willst du es mir für achtzigtausend Dukaten verkaufen?« Ala antwortete, »Biete mehr.« Da sagte der Franke, »Willst du mir es für hunderttausend Dukaten verkaufen?« Ala eddin erwiderte, »Der Verkäufer sei billig und der Käufer pünktlich. Gib das Geld.« »Gut«, versetzte der Franke, »aber ich kann so viel Geld nicht herbringen. Es gibt so viele Diebe und Gauner in Alexandrien. Komm mit mir auf mein Schiff, da gebe ich dir noch ein Stück Tuch, ein Stück Atlas, ein Stück Samt und ein Stück Angorawollenzeug.« Ala schloss den Laden, gab seinem Nachbarn die Schlüssel zu demselben und sagte ihm, »Ich gehe mit dem Franken auf sein Schiff, um Geld zu holen. Behalte du die Schlüssel einstweilen, und wenn ich lange ausbleibe und der Oberst Ahmed kommt, der mir diesen Laden gekauft hat, so gib ihm die Schlüssel und sage ihm, wo ich bin.« Er ging dann mit dem Franken aufs Schiff, dieser ließ ihm einen Stuhl reichen und das Geld geben, nebst den fünf Stoffen, die er ihm versprochen hatte. Dann sagte er ihm, »Mache mir die Freude und labe dich zuerst mit einem Bissen oder einem Trunk.« Als Ala eddin um einen Trunk bat, stellte ihm der Franke einen Schlaftrunk vor. Ala trank davon und fiel rückwärts hin. Sogleich wurden die Anker gelichtet, die Segel gespannt, und der Wind trieb das Schiff ins Weite. Der Hauptmann des Schiffs ließ dann Ala aus der Kajüte auf das Verdeck bringen und ihm ein Gegenmittel für den Schlaftrunk reichen. Er öffnete seine Augen und fragte, »Wo bin ich?« Der Kapitän antwortete, »Du bist mein Gefangener, und hättest du einen höheren Preis verlangt, so würde ich ihn dir auch gegeben haben.« »Wer bist du denn?« fragte Ala. »Ich bin der Kapitän dieses Schiffes, und ich will dich der Geliebten meines Herzens nach Genua bringen.« In diesem Augenblick kam ein Schiff mit vierzig muslimischen Kaufleuten vorüber. Der Kapitän steuerte darauf zu, enterte es und machte sie zu Gefangenen und schleppte alles mit nach Genua. Als das Schiff vor einem Palast von Genua landete, kam ein verschleiertes Mädchen zum Kapitän, fuhr dann in den Hafen und sagte ihm, »Gibt es Amulett?« Der Kapitän gab es ihr und feuerte die Kanonen zur glücklichen Ankunft ab. Kaum hatte der König von Genua des Hauptmanns Ankunft erfahren, als er ihm entgegenging und ihn fragte, wie seine Reise abgelaufen. Der Hauptmann sagte, »Gut, ich habe ein Schiff gekapert, in dem einundvierzig muselmännische Kaufleute sind.« Auf Befehl des Königs führte der Hauptmann dann die Muselmänner, unter welchen auch Ala Edin war, in Ketten ans Land. Der König und der Hauptmann bestiegen ihre Pferde und trieben sie vor sich her in den Divan. Da fragte der König einen Gefangenen nach dem anderen, wo er herkomme, und sobald er antwortete, »Aus Alexandrien«, erhielt der Scharfrichter den Befehl, ihm den Hals abzuschneiden. Schon waren vierzig Muselmänner hingerichtet, und Ala, der ihre letzten Seufzer anhören musste und noch allein übrig war, dachte bei sich selbst, »Gottes Mitleid sei mit mir, sonst ist es auch um mich geschehen.« Der König fragte auch ihn, wo er herkomme, und als er antwortete, »Aus Alexandrien«, sollte auch er geköpft werden. Der Scharfrichter hatte schon sein Schwert gezogen, da kam eine alte Nonne vor den König und sagte, »O König, habe ich dich nicht gebeten, wenn der Kapitän mit Gefangenen kommt, unserem Kloster einige Gefangene zu schicken, dass sie den Dienst in der Kirche versehen?« Der König, der vor ihr aufgestanden war, erwiderte, »O Mutter, wärest du nur etwas früher gekommen, doch nimm den einzigen, der noch übrig bleibt.« Sie wendete sich dann zu Ala und sagte ihm, »Willst du Kirchendiener werden? Gut. Wo nicht, so wird der König dich umbringen lassen.« Ala sagte, »Ich will dienen.« Sie führte ihn dann vom Divan weg in die Kirche. Da fragte Ala, »Welchen Dienst habe ich zu verrichten?« Sie antwortete, »Du musst morgens früh aufstehen, fünf Maultiere nehmen, damit in den Wald gehen, trockenes Holz hauen und es in die Küche des Klosters bringen. Dann legst du die Teppiche und Matten zusammen, kehrst aus und wäscht den Boden. Dann breitest du die Teppiche wieder aus, nimmst einen halben Sack Weizen, siebst, malst und knetest ihn und machst Zwieback für das Kloster. Du nimmst dann den sechsten Teil eines Sacks Linsen, siebst sie, malst sie und kochst sie. Du füllst hierauf die vier Springbrunnen, gehst mit einem Fass herum und füllst die 366 Wasserbehälter der Novizen. Dann machst du die Gläser rein, füllst sie mit Öl und zündest sie an, wenn die Glocke läutet. Du nimmst hernach 323 Schüsseln, bröckelst Zwieback hinein, gießt Linsensuppe darüber und bringst jedem Klosterbruder eine Schüssel voll und machst sie ihm kalt. Als die Alte ausgeredet hatte, sagte Alaa, führe mich zum König zurück, er soll mich lieber töten lassen. Die Alte erwiderte, wenn du deinen Dienst nicht gut verstehst, werde ich allerdings den König bitten, dich hinrichten zu lassen. Alaaeddin musste seinen Schmerz ertragen und sich auch noch von zehn schwachen, blinden Männern zu den gemeinsten Dienstleistungen brauchen lassen. Als die Alte ihn fragte, warum er seine Arbeit nicht verrichtet habe, sagte er, »Wie viele Hände habe ich denn? Ich kann nicht alles versehen.« Die Alte erwiderte, »Nimm diesen Stock«, er war von Kupfer und hatte oben ein Kreuz, »und gehe auf die Straße, und wenn dir der Gouverneur der Stadt begegnet, und du sagst ihm, »Ich lade dich zum Dienst der Kirche ein, nimm dieses Maultier und belade es mit dürrem Holz aus dem Wald, so muss er dir auch gehorchen, sonst töte ihn nur, auf meine Verantwortung.« Auch wenn du dann den Visier siehst, so klopfe nur von seinem Pferd mit diesem Stock auf die Erde und sage ihm, »Ich lade dich zum Dienst der Kirche ein.« Er muss dann Weizen nehmen, ihn sieben, malen, kneten und backen. »Erschlage nur in meinem Namen jeden, der dir nicht gehorcht.« Ala befolgte den Befehl der Alten und trieb siebzehn Jahre lang Vornehme und Geringe zur Arbeit an. Eines Tages, als er in der Kirche saß, kam die Alte und sagte, »Geh schnell hinaus!« Er fragte, »Wohin soll ich gehen?« Die Alte antwortete, »Bringe diese Nacht in einem Weinhaus zu oder bei einem deiner Freunde, denn die Prinzessin Johanna, Tochter des Königs dieser Stadt, will die Kirche besuchen.« Da darf niemand ihr im Wege sein.« Ala stellte sich als Gehorche er, aber Satan schlich in seine Brust, und er dachte, »Ich möchte doch wissen, ob die Prinzessin wie unsere Frauen aussieht.« »Ich gehe nicht, bis ich sie gesehen habe.« Er verbarg sich dann in einer Zelle, aus welcher er die Kirche übersehen konnte, und als die Prinzessin kam, warf er einen Blick auf sie, dem tausend Seufzer folgten. Denn er fand sie wie der Mond, wenn er zwischen Wolken hervorstrahlt und sich plötzlich unserem Auge zeigt. Ala sah bei Johanna, als er nochmals zu ihr hinblickte, eine andere Dame, zu welcher sie sagte, »Deine Gesellschaft ist mir lieb, Subaida.« Und siehe da, es war Subaida, Alas Gattin, welche er längst schon tot glaubte. Die Prinzessin sagte ihr dann, »Spiele mir etwas vor.« Aber Subaida erwiderte, »Ich werde nicht mehr spielen, bis du mir meinen Wunsch gewährst und dein Versprechen hältst.« »Was habe ich dir versprochen?« »Du hast mir versprochen, mich mit Ala zu vereinigen.« »O Subaida, sei frohen Herzens und spiele etwas Heiteres über das Glück deiner Vereinigung mit deinem Gatten Ala.« »Wo ist er denn?« »In dieser Zelle hört er uns zu.« Subaida spielte dann auf der Laute, dass die Steine tanzten. Ala konnte sich nimmer länger beherrschen. Er trat aus der Zelle heraus, umarmte Subaida und stürzte mit ihr ohnmächtig zu Boden. Die Prinzessin bespritzte sie, bis sie wieder zu sich kamen, dann sagte sie, »Gott hat euch vereint.« »Durch deine Güte«, antwortete Ala. Er sagte hierauf zu Subaida, »Bist du denn nicht gestorben, Subaida?« Sie sagte, »Nein, mein Herr, ich bin nicht gestorben, sondern eine Djinn hat mich geraubt und sich in meiner Gestalt totgestellt. Sie hat sich von euch beerdigen lassen, hat aber das Grab bald wieder verlassen und sich in den Dienst der Prinzessin begeben. Als ich nun meine Augen öffnete und mich hier bei der Prinzessin befand, fragte ich, wozu ich hierhergebracht worden. Sie sagte, »Es ist mir versprochen, dass ich deinen Gatten Ala heiraten werde. Willst du mich zur Nebenbuhlerin, so bringe ich ihn hierher nach der Prophezeiung, die ich auf seiner Stirne gelesen. Inzwischen sollst du durch dein Spiel auf allerlei Instrumenten noch zerstreuen, und so blieb ich denn bei ihr, bis uns Gott in dieser Kirche zusammengeführt hat.« Die Prinzessin sagte dann zu Alaa, »Willst du mein Gatte werden?« Alaa erwiderte, »Meine Herrin, du bist Christin, und ich bin ein Muselmann. Bewahre Gott, ich bin schon achtzehn Jahre lang Muselmännen und kenne keinen Glauben, der dem Islamismus entgegen ist. Aber, meine Herrin, ich möchte wieder in mein Land zurückkehren. Wisse, ich habe deine Zukunft vorausgesehen und gewartet, bis alles erfüllt war. Ich wünsche dir Glück zu einem Sohne, welcher Aslan heißt, und nun achtzehn Jahre alt ist und deine Stelle am Hofe eingenommen hat. Wisse auch, dass die Wahrheit offenbar geworden. Unser Herr hat den Schleier gehoben und den Dieb entdeckt, der den Kalifen bestohlen. Es war der Verräter Ahmed. Er ist schon eingesperrt. Wisse ferner, dass ich das Amulett in deinen Laden legen ließ und den Kapitän abschickte, der dich damit herbrachte. Dieser Kapitän liebt mich. Aber ich sagte ihm, ich werde ihm kein Gehör geben, bis er mir das Amulett und dessen Eigentümer bringe. Ich gab ihm daher hundert Beutel und ließ ihn als Kaufmann fortgehen. Und als du auf den Befehl des Königs auf die Todesmatte geworfen wurdest, da war ich's, der dir diese Alte schickte. Allah dankte ihr, und nachdem sie nochmals das islamitische Glaubensbekenntnis abgelegt hatte, fragte er sie nach der Bedeutung des Amuletts. Sie sagte, es kommt aus einem verzauberten Schatz und gewährt fünf Vorteile, die uns bald zustatten kommen werden. Meines Vaters Frau war eine Zauberin, die alle Mysterien lösen und alle verborgenen Schätze sich zueignen konnte, unter welchen sie auch dieses Amulett fand. Als ich vierzehn Jahre alt war, las ich das Evangelium und fand darin den Namen Mohammeds, Gottes Friede sei mit ihm. So wie auch in der Tora, in den Psalmen und im Koran. Und ich glaubte an Mohammed und überzeugte mich, dass nur seine Religion die wahre ist. Als meine Herrin krank wurde, schenkte sie mir das Amulett und lehrte mich dessen fünf Vorteile. Vor ihrem Tode ließ sich mein Vater von ihr die Zukunft voraussagen, und da sie ihm prophezeite, er werde von einem Gefangenen aus Alexandrien getötet werden, erteilte er dem Kapitän den Befehl, wenn er Muselmänner gefangen nehme, die Alexandrier zu töten. Er befolgte das Königsbefehl und tötete so viele Menschen, als er Haare auf dem Kopf hat. Als meine Herrin tot war, wollte ich auch mein gutes Glück sehen und wissen, wer mich heiraten werde. Da erfuhr ich, dass ich einen gewissen Alaeddin, einen treuen und zuverlässigen Mann heiraten sollte, und nun sehe ich, dass alles in Erfüllung geht. Auch dein Wunsch, in deine Heimat zurückzukehren, wird dir gewährt. Komm nur mit mir. Alaa ging mit Johanna in ihren Palast und verbarg sich in einem kleinen Kabinett. Johanna begab sich dann zu ihrem Vater, der ihr heiter entgegenkam, und ihr sagte, »Meine Tochter, ich habe heute einen guten Fang gemacht. Komm, wir wollen miteinander trinken.« Johanna setzte sich zu ihm an den Weintisch und schenkte ihm so lange ein, bis er nichts mehr von sich wusste. Dann mischte sie einen Schlaftrunk in den Wein, und sobald er davon trank, fiel er um. Da holte sie Alaa aus dem Kabinett und sagte zu ihm, »Räche dich an deinem Widersacher, ich habe ihn berauscht und eingeschläfert.« Alaa fesselte den König und gab ihm ein Arzneimittel gegen den Schlaftrunk. Als der König zu sich kam und Alaa und Johanna auf seiner Brust sah, sagte er zu dieser, »Warum, meine Tochter, verfährst du so mit mir?« Sie antwortete, »Ich war deine Tochter, bin aber Muselmännen geworden, habe die Wahrheit eingesehen und sie angenommen und den Irrtum aufgegeben. Ich sage mich los von dir, für diese und die zukünftige Welt. Willst du Muselmann werden, gut. Wo nicht, so musst du sterben.« Alaa Eddin richtete diese Worte an den König, und da er sich weigerte, den Islamismus anzunehmen, zog Alaa ein Messer aus der Tasche und schnitt ihm den Hals ab. Er schrieb dann auf ein Papier, wie sich die Sache zugetragen, und legte es auf des Königs Stirne. Johanna nahm aus dem Schloss, was am kostbarsten und am leichtesten zu tragen war, und ging mit Alaa in die Kirche. Sie zog hierauf das Amulett hervor und rieb an der Seite, auf der eine Sänfte gezeichnet war, und zugleich erschien ihr eine Sänfte. Johanna bestieg die Sänfte mit Alaa und Zubaida und beschwor sie bei dem heiligen Namen und Talisman des Amuletts, sich zu erheben. Sogleich stieg die Sänfte mit ihnen in die Höhe und trug sie in ein Tal, wo sie sich mit ihnen herunterließ, sobald Johanna die Seite des Amuletts, auf welcher der Thron bezeichnet war, gegen die Erde wendete. Johanna rieb dann die Seite, auf der ein Zelt gezeichnet war, und es errichtet sich ein Zelt vor ihnen. Da aber das Tal, wo sie waren, kein Wasser hatte, drehte sie vier Seiten des Amuletts gegen den Himmel und rief, »Es erscheine Wasser«, und es strömte ein großes Wasser mit tobenden Wellen vor ihnen. Nachdem sie sich darin gewaschen und davon getrunken hatten, hob Johanna die Seite, auf der ein Tisch gezeichnet war, gen Himmel, und zugleich kam ein gedeckter Tisch mit den herrlichsten Speisen aus der Höhe. Während sie aber recht vergnügt bei Tische saßen, sah Johanna einen furchtbaren Staub vor sich, und eine zahlreiche Reiterschar sprengte auf sie zu. Es war ihr Bruder, der sie verfolgte, sobald er Alas Briefchen auf der Stirn seines Vaters gefunden hatte. Da sagte die Prinzessin zu Ala, »Wie bewähren sich deine Füße im Kampfe?« Er antwortete, »Wie ein Pfahl in Kleie. Ich verstehe nichts vom Kriege.« Johanna zog das Amulett wieder heraus und rieb die Seite, auf der ein Pferd und ein Reiter gezeichnet waren. Da stieg ein Reiter aus der Wüste heraus, der so lange auf den Feind schlug, bis er ihn teils tötete, teils in die Flucht trieb. Johanna fragte dann Ala, »Willst du nach Kahira oder nach Alexandrien?« Er antwortete, »Nach Alexandrien.« Sie bestiegen den Thron wieder, und in einem Augenblick waren sie in Alexandrien. Ala ließ Johanna in einer Höhle zurück, holte ein Oberhemd und einen Schleier aus der Stadt und führte sie in das Gemach seines Ladens. Er verließ sie, um etwas zu essen zu holen, dann kam der oberste Ahmed und brachte ihm Nachricht von seinem Sohn Aslan und vom Befehl des Kalifen. Ala erzählte ihm dann auch alles, was ihm widerfahren, nahm ihn mit in seinen Laden und am folgenden Morgen verkaufte Ala seinen ganzen Laden und legte den Erlös zu seinem übrigen Vermögen. Als Ahmed ihn dann zur Rückkehr nach Bagdad bewegen wollte, sagte er, »Ich muss zuerst nach Kahira gehen und meine Eltern begrüßen.« Da setzten sie sich zusammen in die Sänfte und fuhren nach der glücklichen Stadt Kahira und ließen sich im Quartier Asfar, wo Ala Eddins Haus stand, herunter und klopften an die Tür. Alas Mutter fragte, »Wer ist an der Tür, nachdem wir alle teuren verloren?« Ala sagte, »Ich bin's.« Da kamen seine Eltern herunter, umarmten ihn und führten ihn mit seinen Frauen und Ahmed in das Haus. Nachdem Ala drei Tage bei seinen Eltern zugebracht hatte, setzte er sich mit ihnen auf die Sänfte und sie reisten alle zusammen nach Bagdad. Sobald der oberste Ahmed dem Kalifen die Ankunft Alas meldete, ließ er den Dieb Ahmed rufen und sagte zu Ala, »Ich schenke dir deinen Feind.« Ala zog sein Schwert und hieb ihm den Hals herunter. Der Kalif gab dann Ala ein großes Fest, ließ den Ehekontrakt zwischen ihm und der Prinzessin Johanna schreiben und ernannte Aslan zum obersten der Sechzig und schickte beiden kostbare Ehrenkleider. So lebte Ala mit allen seinigen vereint im höchsten Glück, bis der Tod sie voneinander trennte. Hierauf begann Shehazad eine andere Erzählung, wie folgt. Ende von Abschnitt 37 »Fantrin« »Abrief« 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 Vielen Dank.